Come on, come on, wir rasen heute mit einer Ambulanz die La Strada-Runde, um uns einen Junggesellenabschied anzuschauen und zwei Asse, nee, drei Asse trumpfen aufzusehen. Und ja, haben noch ein paar Killeraffen im Angebot. Elvis besucht Nixen und ja, höhere Gewalt macht sich bemerkbar. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Mit meinen beiden Genre-Geschehen-Kollegen. André Hecker. Moin, moin. Und Tino, die war sein Nixe Hahn. Hallo, ich hab immer noch keine Catchphrase. Howdy. Ja, liebe Freunde, es hat sich so ergeben, dass ich die beiden geschnappt habe und gesagt habe, Leute, ihr müsst mir helfen bei Kino Plus, denn heute ist ein Tag, an dem sehr viele Filme rauskommen. Nicht unbedingt im Kino, nicht unbedingt auf den Streamingdiensten, obwohl doch auch auf den Streamingdiensten, aber vor allem auf DVD und Blu-Ray. Kommt eine Menge raus, eine Menge haben wir schon gesehen, eine Menge haben wir besprochen und eine Menge wollen wir noch besprechen. Deswegen seid ihr heute hier, denn mit euch kann ich darüber reden. Ja, Schakmas. Schakmas? Ja, Schakmas. Ja, Schakma. Das wird heute das Credo der Sendung. Schakma. Wir schaffen das. Und bevor wir allerdings mit diesen ganzen vielen Filmen einsteigen wollen, wollen wir mal ein bisschen rumpalabern, was so gerade an News bei uns angekommen ist, beziehungsweise was wir gerade so gehört haben, aufgeschnappt haben. Einfach ein bisschen locker plaudern. Denn, was viele Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen nicht wissen, wenn ich normalerweise eine Kino Plus Sendung aufzeichne, wo die beiden Herren hier nicht mit dabei sind, dann weiß ich, dass danach mein Handy explodiert. Dann mach ich das Telefon an und es macht nur noch bzzz, 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 bzzz. Und in unserer Genre-Geschehen-WhatsApp-Gruppe hab ich ungefähr 68 Nachrichten. Die muss ich dann alle nachverfolgen. Und dann kann ich ins Gespräch einsteigen. Dann sind die aber schon wieder bei irgendwas anderem, wo ich wieder nicht dazu mitreden kann. Und das wollen wir jetzt hiermit ausmerzen. Denn Tino wird sich morgen einen Drei-Stunden-Film geben. Drei Stunden und sieben Minuten. Drei Stunden und sieben Minuten. So viel Zeit muss sein. Zusammen mit einer ganz großen Gemeinde von indischen Kino-Zuschauern und Kino-Fans. Denn morgen läuft die Weltpremiere. Wahrscheinlich die Europapremiere. Ich glaube, die Weltpremiere. Also ich glaube, er startet relativ zeitgleich, aber ist immer so ein, zwei Tage vorzügung. Okay, denn morgen ist die Europapremiere von Rise Raw Revolt. Der in Deutschland dankbarerweise nur RRR heißt. Auch da weiß ich nicht, wie es aber RRR. RRRR. Aber ich glaube, war nicht im Januar schon Kinostadt in Indien? Nee, es wurde verschoben wegen Covid. Weil sie da halt nichts riskieren wollten, weil es der mit weitem Abstand teuerste ist. Also als Vergleichswert Bahubali 2 hat die Hälfte gekostet. Ach komm, der war ja schon 70 Millionen. Ja. Ach, das ist von Roger? Ja, ja, das ist von ihm. Oh, sehr cool. Gleich mal Vorfreude noch mal gestiegen. Ja, da ist die Vorfreude auf jeden Fall gestiegen. Jawoll. Ja, und André und ich haben die Gelegenheit, oder werden die Gelegenheit wahrnehmen und werden uns diese 187 Minuten am Sonntag geben. Denn da läuft er hier in Hamburg unter anderem im Cinemax Dammtor. Um 12 Uhr. Und falls ihr mal Bock habt, euch da in diese Welt zu begeben und euch drei Stunden völligen Kino-Wahnsinn auszusetzen, dann seid dabei. Ich nehme mal an, es gibt eine Szene, die sie 70 Nächte lang gedreht haben, die kurz, weil wenn die Filme so lang gehen, ist meistens auch eine Pause drin, die kurz vor der Pause kommen und dann nur so als Referenz, also ein Film wie John Wick 4 oder so wird 50 Tage insgesamt gedreht. Und da ist eine Szene drin, an der 70 Tage gedreht wurde. 70? Ja, was wahrscheinlich jetzt auch wieder ein bisschen nach Overselling klingt, weil wahrscheinlich wird sie nicht so krass spektakulär sein, aber ich nehme schon mal an, dass sie im Actionbereich ... Wahrscheinlich einfach einen Dialog, den jemand nicht merkt. So ein Lager, dieses Lagerfeuer-Szene. Dann so eine Klappe 67, nach 67 jetzt merkt ihr, oh, nein, das heißt der Whisky-Mixer mixt den Whisky mit dem Whisky-Mixer. Hast du eine ungefähre Ahnung, worum's da geht, oder geht's da einfach um die Geschichte Indiens? Auch immer? Nein, um diese, also ich glaub, es sind zwei Brüder, die dann auch über die Jahre und Jahrzehnte erst Freunde sind, dann werden sie wieder Feinde, dann müssen sie wieder Freunde werden. Und oft ist es im indischen Kino so, dass man nach zwei Stunden sich so denkt, okay, das war jetzt das Finale, und dann kommt noch ein Twist, der meistens auch erstaunlich gut funktioniert, und dann geht das wirkliche Finale erst los. Gut, der Film geht drei Stunden, ich werde nach zwei Stunden noch gar nichts erwarten. Okay. Er macht das im Flug. Oh, da hat er ihn erwischt. Ja, ich hab auf jeden Fall Bock. Das wird super. Ich bin mal gespannt, wie voll das Kino sein wird, aber die Gelegenheit möchte ich mir nicht entgehen lassen, mal so einen Film dann auch auf der Leinwand zu sehen. Jawohl, das ist so ein Baru-Bali-Shot. Ja, und das auch. Ja, das ist... Herrlich. Ich hab Bock. Die machen halt einfach. Das würdest du hier bei jedem irgendwie Westchen-Film sagen, was ist das für ein Quatsch? Ja, die machen das mit so einer Überzeugung irgendwie. Die generelle Philosophie bei den meisten indischen Filmen ist halt, dass es Überwältigungskino sein soll, und dass so was wie Realität gar kein erstrebenswerter Zustand ist, weil man den ja realitätszwangsläufig in der Realität schon hat, und soll halt möglichst viele... Ja, drüber sein. ...extreme Emotionen auslösen. Und wenn du halt bei einer Action-Sequenz denkst, ey, denkst du, das ist so drüber, ich kann nur noch lachen, why not? Ja. Ja, aber... Aber es ist halt auch so... Es ist auch so eine charmante Art drüber. Ja, ja, genau. Also, es ist nicht so... Wir werden heute noch mal drüber reden, weil wir haben heute einen Michael Bay-Film am Start. Und das ist trotzdem ein Unterschied. Also, ich find, das ist nicht die gleiche Art von drüber, wie sie halt bei so Filmen wie Baru-Bali oder keine Ahnung... Es ist halt auch ein bisschen wie bei Humor, wenn so ein Gag... Also, einmal funktioniert der Gag nicht, dann wiederholst du um fünfmal, dann musst du irgendwann lachen. Und so ähnlich ist das halt auch. Also, es gibt da Filme, wenn sie irgendwie eine krasse Waffe haben, wie so eine Gatling-Gun, würde in einem US-Film so zehn Sekunden geschossen werden. Vielleicht mit zwei Sekunden Zeitlupe, weil du dann denkst, okay, das kannst du nicht machen, du kannst nicht mehr. In einem indischen Film geht das halt einfach zwei Minuten. Dann wird halt zwei Minuten mit so einer Gatling-Gun in Zeitlupe. Dann siehst du vorne die Mündung, wie so jede einzelne Flamme und Kugel rauskommt. Und natürlich kann man dann auch sagen, ey, ich will sowas gar nicht sehen. Aber es ist halt so dieses kompromisslose Abfeiern von Action. Ich würde sagen, Michael Gay... Michael Gay, Entschuldigung. Michael Bay versucht, da Paroli zu bieten heute. Ja, und er macht ja auch, also, dass... Wir reden ja gleich noch drüber. Aber ich meine, man kann bei Michael Bay auch viel dagegen sagen, aber dass er irgendwie denkt, hey, jetzt war's genug mit der Action, ist bei ihm ja auch nicht. Nee, das stimmt, ja. Aber ich meine, klar, wenn jede Szene so abgefeiert wird und so ausgespielt wird, ist ja klar, dass die Filme unweigerlich auch länger dauern. Aber das macht sich auch aus, ne? Ja, und... Und glaubst du, es wird viel gesungen? Nee, ich glaub, zwei, dreimal. Also, ich glaub, mach sie mal zehn Minuten. Ich glaub, da wird nicht viel gesungen. Ah, ich dachte, das wär auch wieder typisch mit ordentlichen... Wie hieß dieser andere Indiana-Jones-Verschnitt mit dem... Oh, das kann ich ja nicht aussprechen. Der hat ja einen extrem... Der hat ja auch mit dieser Musical-Nummer, in dieser Kneipe anfängt, so, ne? Ich mein, da muss ich sagen, ich steh nicht drauf. Wirklich, ich fand bei Baobali die Gesangseinlagen, hab ich mir gedacht, ei, ei, ei. Also, ähm, ich konnte das irgendwie beobachten und verfolgen, weil ich halt so was vorher noch nicht kannte oder noch nicht so derartig ernsthaft ausgespielt gesehen habe und hab dem halt irgendwie zugeguckt und hab mir gedacht, okay, mal gucken, was das jetzt hier ist, wie das gemacht wird und was das halt einfach bedeutet und so. Und es ist halt auch schon arger Kitsch. Klar. Ja, es ist wirklich schon arger Kitsch. Aber irgendwo fand ich's dann halt auch charmant, weil die halt genau dazu, also, weil die genau so dazu stehen, wie zu dem ganzen Action-Norm. Das ist halt so völlig, natürlich auch völlig überbordend. Und bei diesem Indiana-Jones-Verschnitt wird ja sogar noch ein bisschen die Story des Helden. Also, in einem anderen Film würde das halt 30 Minuten ohne Gesang stattfinden. So ist es kurz wie so ein Musikvideo, wo du kurz die Backstory siehst und dann ist es auch wieder gut. Und es war halt dann aber auch so inszeniert. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Es war halt auch echt so inszeniert wie halt eine dieser Action-Szenen. Also, diese Musical-Nummer am Anfang, dieses Indiana-Jones-Verschnitts. Wenn sie halt in der Kneipe sind, dann kommt der Helder, dieser Polizist kommt dann da rein und dann singen sie erst mal alle über ihn. So, da denkst du halt im ersten Moment, ja, okay, was ist das jetzt für ein Quatsch? Und was wollen die mir jetzt hier erzählen? Aber wie das gemacht ist und mit welchem Aufwand, das ist ja alles in so einer engeren Location, dass die dann trotzdem diese breiten Bilder in dieser engeren Location hinkriegen. Richtig viele Leute, die dann halt eine Choreografie da gleichzeitig veranstalten und dann halt irgendwie noch die Kamera durch den Raum wirbeln lassen, als wär's halt wirklich so irgendwie ein Nahkampf-Jackie-Chan-Action so. Das fand ich dann schon wieder beeindruckend. Echt wenig Schnitte, weil die Kamera halt einfach immer nur so rumschwebt. Also, im Prinzip ist es fast schon vergleichbar mit den Musical-Episoden, die so vom Family Guy oder Simpsons, wo natürlich auch der Gesang da ist, aber die Handlung wird meistens auch vorangetrieben. Und das find ich dann auch nicht ermüdend. Aber ein paar ist halt natürlich schon, oder auch so was wie Westside-Story, wo du ja auch immer in den Musical-Sequenzen nicht so weißt, okay, ist das jetzt redundant? Also ist das einfach nur in Gänsefüßchen schön? Aber wenn man dann irgendwie denkt, okay, ich bin eher wegen der Handlung hier, nicht wegen dem Musical, ist man natürlich auch grundfalsch im Film, aber ... Im Musical bist du generell, glaub ich, falsch, wenn du sagst, ich bin wegen der Handlung hier. Ja, aber manche Musicals schaffen es ja trotzdem, die Handlung voranzutreiben. Ja, ja, ja. Wie dir You Check Me, Liebensrable, der geht ja auch nur 100 Minuten, wenn halt so was wie Westside-Story, wenn du schon siehst, ein Musical geht über zwei Stunden, weißt du, okay, da nur reingehen, wenn du wirklich auf ein Musical stehst, wenn du einen Film sehen willst, in dem viel gesungen wird, kannst du ja in so was wie Liebensrable auch reingehen. Genau. Also in so was wie Westside-Story, da erwarte ich dann auch halt deutlich eher so einen Song, in dem ein Name halt 15.000 Mal gesungen wird, um halt zu zeigen, wie sehr man den liebt oder wie sehr man den hasst oder was weiß ich was. Das sind die Momente, die ich bei Musicals halt gar nicht mag, aber halt genau bei so was wie Liebensrable, da find ich das auch cool. Da wird halt zack, zack, zack. Okay, da maximal zehn Minuten wahrscheinlich noch weniger. Du hast halt den Abspann. Also wo du ja einfach den Gesang, das ist ja auch bei indischen Filmen, dass links läuft der Abspann und rechts läuft halt noch Musikvideo. Das Musikvideo läuft oben und der Abspann läuft unten so klein drunter. Und das ist halt auch, weil das immer von diesen T-Series oft ist, die sie ja lange Zeit mit PewDiePie diesen Battle geliefert haben, wer den größten YouTube-Account der Welt hat. Jetzt haben sie 230 Millionen und sind der Größte. Und die haben dann halt auch immer auf diese Abspannmusik dann 500, 600 Millionen Klicks. Also es ist ja halt immer so Wahnsinn, diesen, den ich da jetzt, dieser Apache-Champandai, den ich im Kino gesehen habe, hat der Trailer halt 75 Millionen Views. Da wär halt so was wie Spider-Man oder so immer happy, wenn sie in so Regionen kommen würden. Und die schreiben's auch immer auf Thumbnail. Also da wird alle zwei Tage das Thumbnail aktualisieren, dann steht noch 40 Millionen Views, 45 Millionen, 42,7. Dann werden noch die Likes draufgepackt. Das ist immer sehr ... Und sind die Trailer wahrscheinlich, die sind dann auch dann exorbitant länger, oder? Nee, das geht also. Also drei Minuten ist halt schon zu lang für den Trailer, finde ich. Aber gleichzeitig halt ein drei Minuten Trailer für den Film, der fast drei Stunden dauert, ist ja auch schon wieder eigentlich nix. Ich glaub halt auch, dass die größten Action-Szenen da am Trailer gar nicht drin sind. Ich hoffe es. Also, weil allein das Ding mit dem Zug da auf der Brücke, da, wenn ich das ... Also, da freu ich mich jetzt schon so dererlich auf Sonntag. Ja. Und ja, bist halt mal drei Stunden im Kino, was soll's. Ja, eben. Ja, also ... Also macht man bei Batman ja auch. Und deswegen, also das passt schon. Also, wenn die drei Stunden gefüllt sind, geht das halt schnell rum. Ja. Ja. Und wenn das so viel Gesang ist, kann man sich halt immer noch Trommi und Julia angucken. Ja. Eben. Was übrigens auch schnell rumging, war jetzt die Entscheidung, ob eine Fortsetzung von Godzilla vs. Kong gedreht werden soll. Mhm. Und da sind jetzt erste Anzeichen, haben sich verdichtet, denn die Filmförderung in Australien hat eine riesengroße Summe ausgeschüttet. Und ... Ja, ist es so. Ja, ich hab's mir grad bildlich vorgestellt. Und dann kommen Godzilla und Kong und sagen für zwei Stunden diese Münzen auf mit ihren Händen und dann ist es vorbei. So eine Wanne voller Geld. Laufen sie durch den Ostern zurück. Ja, auf jeden Fall in Queensland, im Bundesstaat Queensland, soll jetzt wohl eine Fortsetzung von Godzilla vs. Kong gedreht werden. Aber es ist ja noch nicht so richtig klar, ob's wirklich Godzilla vs. Kong oder einfach nur Next Installment in diesem Monsterverse. Weil es heißt wohl, dass die Firma Legendary, dass die wohl zweigleisig fährt und Apple Plus mit einer Serie beliefern wird. Die dann aber wohl sich mehr auf Godzilla konzentriert und dieser Film, für den jetzt noch kein Regisseur irgendwie an Bord ist, aber für den's wohl schon erste Drehbuchentwürfe von Adam Wingard gibt, der soll wohl, munkelt man, ist noch nicht verbrieft, ja, ein King Kong-Sequel irgendwie ansetzen, das halt Son of Kong oder so heißt. Beziehungsweise sich um das Thema drehen soll, weil das wäre halt die logische Fortsetzung nach King Kong vs. Godzilla und so weiter, dass dann halt irgendwann Son of Kong kommt. Das war halt auch bei den japanischen Originalen so. Dann kann ja Australiens Vorzeigeregisseur Justin Kürzel mal wieder zeigen, wie er das Thema entschleunigt. Ein Slowburn-Monster-Rovie. Das wäre geil. Und schön für Nebel. Aber die, also Queenstown sieht man bei australischen Filmen, glaube ich, am Anfang relativ oft. Bei dem, wie heißt er mit dem Typen, der die Anhalter in diesem Meteoritenkrater? Äh, äh, Wolfgreek. Ach so, Wolfgreek. Ja, zum Beispiel auch, also. Ja, ja, stimmt. Ich hab grad überlegt, was ich jetzt so in letzter Zeit aus Australien dezidiert gesehen hab, aber dieser Justin Kürzel-Film, hat er das auch? Also das scheint so das Babelsberg von Australien zu sein, um einen völlig verkürzenden Vergleich zu bringen. Ja, wenn da halt wirklich die Fünfhörerung vielleicht sitzt und dann einfach... Ja, 100 Millionen ist halt auch gigantisch. Also ich mein, Australien hat 25, 30 Millionen Einwohner. In Deutschland wäre es unvorstellbar, dass jemand mit 100 Millionen für irgendwas um die Ecke kommt. Für ein Einzelprojekt. Also ich mein, das sind ja nicht mal so die Cash-Cows. Also mit Mühe und Not haben die Letzten so... Hat man sich so ins Trockene gebracht? Aber vielleicht geht's ja jetzt auch wieder aufwärts. Ich mein, die Zahlen... Ich mein, guck mal, guck dir Batman an. Also freut mich ja, dass ein Drei-Stunden-Film, in dem auch nicht so viel Action passiert, dann schon jetzt noch mal 6,7 Millionen Dollar irgendwie hinkriegt innerhalb kürzester Zeit. Also ich glaub, es ist bei 6,9 ungefähr, hat sie's eingependelt. Find ich schon geil. Und es zeigt ja schon, dass mit entsprechenden Filmen auch das Interesse da ist, ins Kino zu gehen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie's euch geht, das hab ich jetzt schon mit mehreren Leuten besprochen, ähm, ich find ja, dass man jetzt halt schon doch merkt, dass Covid Spuren hinterlassen hat. Also wenn man sich so mal die Dichte von Blockbustern anguckt, die ist nicht mehr so stark, wie sie jetzt noch vor Covid war. Und es ist... Also es wundert mich, weil jetzt kommt erstmal eine lange Zeit nichts raus, bis dann jetzt Fantastische Tierwesen 3 bei uns am Start ist. Ja, ist aber auch... Also ja, auch Todgeburt nahezu. Ja, weiß man ja. Also ich würde mutmaßen, dass sie den Dritten auch so gemacht haben, dass sie danach einfach aufhören können. Ja? Ja, also ich glaub schon, das wird so... Nania war doch auch was irgendwann... Das war einfach auch irgendwann vorbei, oder? Hat das ein richtiges Ende? Nein, nach dem Dritten. Aber ob das ein richtiges Ende war... Ja, aber jedenfalls war das ja auch nicht so gedacht, dass es nur drei Teile wären. Ja, gut. Ich glaub, Leute gehen weniger ins Kino, dann fällt dir China komplett als Markt nahezu weg, also weil du nicht weißt, ob du eine Freigabe bekommst oder so. Und wenn du die 100 Millionen unbedingt brauchst... Naja, aber auch die Chinesen scheinen ja trotzdem auch mit ihren Filmen jetzt gerade ein bisschen sparsamer zu sein, umzugehen. Nö, also da dieser Lake... Weiß gar nicht, wie dieser Battle... Shangjing? Ja, der zweite ist jetzt Lake at irgendwas. Also der ist jetzt auch bei 500 Millionen oder so. Ja, aber guck mal, also in welchem Zeitraum kam das jetzt, ne? Also der... Dieses Jahr. Beide? Ja, ja, die sind beide. Also China hat, glaub ich, wieder Platz zwei und drei in den Blockbuster-Charts jetzt. Also Batman ist auf eins, aber die sind dahinterher. Und was du in China ja siehst, ist, dass sie keine Franchises machen. Also wieder einen Kriegsfilm machen ist... Kriegsfilme sind irgendwie so... Bizarre klingt ja immer ein Franchise. Also das ist ja... Aber ansonsten, die haben ja immer irgendwelche Original-Stories. Und... Aber der Battle at Lake Shangjing, der war doch letztes Jahr. Der war letztes Jahr, aber es gibt schon wieder den zweiten Teil. Genau, aber... Also den inoffiziellen zweiten Teil. Und der... Der war doch aber auch schon lang in der Mache, beziehungsweise hat auch erst mal ein bisschen länger gebraucht, bis der kam. Der wurde doch auch verschoben, wenn ich's richtig... Ich glaub, der wurde verschoben, weil der Vorgänger natürlich verschoben wurde und halt auch so extrem gut die, weil so ein bisschen das Spider-Man-Morbius... Ja, ja, genau. Aber das mein ich. Also ich find schon, dass es jetzt halt nicht mehr die gleiche Frequenz ist, mit der auch im chinesischen Filmmarkt oder halt keine Ahnung, in welchem Filmmarkt, die diese großen Knaller und Titel kommen, wie sie halt noch bisher... Ja, aber die haben... Es zerdehnt sich aber auch mehr, ne? Genau, das mein ich ja. Es zerdehnt sich auch vor allem dann jetzt eben rein in die Streaming-Services. Ich mein, wenn du guckst, wer alles für Streaming produziert, welche auch für großen Namen, es verteilt sich halt einfach mehr, weil sie gemerkt haben, sie können sich auch nicht mehr auf Kino verlassen. Das ist halt was, was du meinst letztendlich. Genau. Und ich find halt, man merkt so ein bisschen jetzt, dass einfach sehr schnell wieder sehr viel anläuft. Also allein jetzt für uns bei PVs zum Beispiel, ja, es kam gefühlt ein Jahr lang gar keine Einladung für nix. Jetzt ist es mittlerweile wieder zehnmal am Tag im Kino gefühlt, weil dann wieder alles auf einmal jetzt plötzlich kommt. Das merkt man, find ich, schon. Aber das ist halt alles eher so kleinteilig. Das ist nicht das Megading dabei, jetzt wie Batman jetzt zum Beispiel, ne? Also von diesen großen Dingern, die wirklich... Und da würd ich jetzt zum Beispiel auch den dritten, ähm... Tierwesen inzwischen nicht reinzählen, weil ganz im Ernst, der zweite war halt echt so mies, das sagen ja sogar Fans, der ist halt schon ein bisschen verbrannt, muss man sagen. Ja, und der hat ja auch nicht viel eingeschrieben. Nee, eben, also das würd ich ja nicht mal als Riesending das noch mal zählen. Ich würd's auch nicht, also ich seh's auch nicht unbedingt als Riesending, aber das ist der nächste größere Morbius halt. Ja, Morbius... Also ich glaub, Morbius wird schon mehr einspielen als fantastische Tierwesen, aber diese... Aber Morbius, ich glaube, Morbius bewegt sich dann aber auf so einem Level wie Venom. Und das wär dann auch nicht der Mega-Film. Oder mehr als Batman dann. Oder Venom war, glaub ich, schon... Darf ich das kurz googeln, wenn ich über was anderes rede, damit ich meine Summe halt revidieren kann. Aber ich mein, trotzdem, klar, ist ein Blockbuster. Jared Leto großartig hinten dran, also natürlich zieht der. Aber wie gesagt, so die absoluten Bretter, wie gesagt, es zerdehnt sich halt immer mehr. Aber findest du auch, dass der Werbeaufwand zu so einem Film wie Morbius vergleichbar ist mit dem Werbeaufwand, den zum Beispiel ein Batman betrieben hat? Nee, nicht wirklich. Anders. Also ich mein, da werben sie ja tatsächlich mehr eben mit. Leto zum Beispiel als Figur, als Charakter. Nicht nur im Film, sondern als ihr selbst. Aber nee, ich seh eigentlich... Also ich seh den Trailer halt häufig. Apropos Schack mal. Ja, ich hab den bei Netzkino geguckt, in diesem freien YouTube-Kanal. Da bringen sie einfach mal Werbung, weil so finanzieren die sich halt. Es lief fünfmal Morbius, bevor ich den Film starten konnte zum Beispiel. Aber die Zeit, die arbeiten eher mit Online-Assets. Also sonst, da passiert ja keine große Kampagne. Die ganze Pattinson, Pattinson wird ja überall durchgezogen. Der war ja überall Gesicht reinhalten. Aber das war halt so eine richtige Kampagne. Das war durch die Kampagne, genau. Morbius läuft halt einfach, der ist da, hier ist Leto, hier ist Trailer, guckt. Fertig. Genau, ja. Ja, das mein ich halt. Also es ist vom Aufwand her, haben wir nicht so die größeren Titel, wie wir sie vor einiger Zeit regelmäßig hatten. Die große Marketing-Kanal kosten ja auch einfach super viel. Und wenn deine Filme vielleicht im letzten Jahr einfach alle nicht unterperformt haben, wie du geforecastet hast, vielleicht hast du einfach die Kohle nicht, um da jetzt ein Riesending hochzuziehen. Aber ich glaube auch, dass jetzt, ne, ich mein, guck mal, Paramount hat sein Angebot zerdehnt, also hat sein Output zerdehnt und hat sie erst mal nach hinten geschoben. Warner macht ja jetzt gerade Ähnliches mit Aquaman und Dings und Black Adam und so. Also sie schieben's alles irgendwie noch in die, also sie ziehen's alles irgendwie ein bisschen mehr in die Breite. Und ich glaube halt deswegen, weil halt nicht genug nachgedreht worden ist oder nicht genug gedreht werden konnte in der Zeit, in der es halt vor allem Grafierung war. Und das ist jetzt, das spüren wir halt jetzt. Das sind die Rückwirkungen der letzten drei Jahre nochmal. Ja, klar. Ja. Also der erste Venom hatte 856 Millionen, deswegen dachte ich so, okay, das ist der Zweite, aber der hat halt nur 502, was halt jetzt auch natürlich noch, die sind ja auch günstiger als die großen Marvel-Filme, was ja auch noch völlig okay ist. Batman hat 600 Millionen. Und Watergate Bridge heißt der. Ach, Watergate Bridge, genau. Hat halt 450 Millionen und dieser Too Cool To Kill immerhin auch 217. Und von so was hört man ja gar nicht. Also das ist ja immer noch im chinesischen Markt, dass die da Blockbuster haben, die auch ein Halmarm zum Beispiel, vom letzten Jahr, der 790 Millionen eingespielt hat. So eine kleine Zeitreise-Komödie, halt immer noch keinerlei Release-Termin, wird wahrscheinlich bei Koch dann irgendwo aufbauen, die 800 oder so, aber das kriegen wir auch im Westen oft gar nicht mit. Und das sind ja dann auch die, die quasi das Kino verstopfen. Also an Schade ist es in China letztes Wochenende gestartet. Wo sie halt auch sagen, ja klar, kriegt ihr einen Starttermin, aber wenn's uns halt passt, und dann kommen nochmal 10 Millionen dazu, das reicht halt hinten und vorne nicht. Aber guck mal, wenn's uns halt passt, ne, ich würd mal gern wissen, wie der Werdegang ist. Also wie präsentieren, wie ermitteln und ja, wie filtern die Chinesen ihre Box-Office-Zahlen? Naja, wenn sie selber irgendwas haben, also das würden wir in Deutschland ja eigentlich auch so machen, wenn wir quasi, wenn die Kamaifilme aus Deutschland auf dem Level von Uncharted wären, würden wir Uncharted nicht im Kino zeigen, sondern die Kamaifilme. Aber dadurch, dass wir das halt einfach nicht haben, stellt sich die Frage gar nicht, aber in China ... Naja, aber ... Chiller of duty. Deutsche Anzahl. Jetzt brechen wir mal kurz in die Lande. Lanze, wunderschön. Also hat jetzt doch relativ gut abgeräumt. Der hat auch wieder noch mehr Kino-Starts jetzt. Also es kommt wieder ein paar mehr Kinos rein, weil es die Programmkinos auch allmählich ist. Es war ja so ein Multiplex-Film, wo du merkst, okay, der ist eigentlich auch so an der Schnittstelle zwischen Programmkino und Multiplex. Aber das freut mich tatsächlich, Frau Herfurt, weil die anderen beiden Filme waren leider, obwohl ... Also ich kenn jetzt nur den einen zur Hälfte und den anderen halt komplett, den sie als letztes gemacht hat. Und ich war nicht so schlecht. Also die waren im Vergleich zu vergleichbaren Komödien aus Deutschland, waren die einen Tick besser. Aber die haben halt, weiß ich nicht, die sind komplett untergegangen, meiner Ansicht nach. Also zumindest für meine Wahrnehmung. Kann natürlich sein, dass ich mich da irre und die haben halt doch besser eingespielt. Aber ich hab auch nicht mitbekommen, dass die so erfolgreich waren. Naja, aber kriegt man ja oft nicht. Also man sieht dann immer so diese Zahlen von so Filmen und denkt so, ja okay, klar, also da gehen Leute rein, aber das sind ja so Filme, die werden geguckt und dann wird nicht drüber gesprochen. Ja. Also auch so was wie Spree-Weid-Krimi oder so, was halt auch immer sieben Millionen Leute gucken und danach ist so ... Aber auf der anderen Seite hier, die, was war's, Sauerkrautkoma? War der letzte hier, die Eberhofer-Krimis so, die generieren ja immer mehr, also immer größere Aufmerksamkeit. Ja, also die finde ich ja, das ist echt das Allerletzte. Hast du schon mal einen gesehen? Ich hab noch keinen davon gesehen. Ich hab den letzten gesehen, das ist ja auch gar kein Film, da schreien sich einfach nur Leute an, die ganze Zeit so, taube Sau und man soll so drüber lachen. Aber es ist ja auch nicht lustig, es ist ja nicht per se lustig, dass sich Leute anschreien. Wahrscheinlich lustig, über den Film zu reden, an sie zu gucken. Ja, du, taube Sau. Und dann passiert irgendein Mord, der Mord löst sich so mehr durch Zufall. Dann sind irgendwie ... So ist es halt in Bayern. Ach, dann, oh, der Hund ist krank. Ja, mei, der Hund stirbt. Und dann denkst du, okay, jetzt sagen sie einfach den Hund sterben, weil sie es selber nicht schaffen, Dramaturgie aufzubauen. Das ist halt einfach so ein Hund sterben. Ja, und der Hund hat dann noch irgendwie vorher Haschplätzchen irgendwie gebacken bekommen. Die ist dann der Vater, dann hat er einen Haschtrip, ey. Das ist halt wie dieser Ecstasy-Trip bei Bad Boys 2. Und man denkt so, das ist alles so unmotiviert. Wer soll denn da drüber lachen? Und ich find dieser Hauptdarsteller-Spiel halt auch superschlecht. Ja? Also, ja, also da, das find ich echt alles ganz ... Da gibt's eine Menge Menschen, ich muss das eigentlich mal gucken. Ich bin zu sehr interessiert. Aber das find ich alles ganz, ganz furchtbar. Ich mag ja so Unfälle, ich hab schon's doch mal gucken. Nee, die sind wahrscheinlich, sind die auch gut. Aber ich kann ja mit diesem Ganzen, wir schreien uns einfach nur an und beleidigen uns, aber in Wirklichkeit mögen wir uns. Ja, wir können's halt nur nicht austauschen. Bloß diese Passion gegen ... Kultur ... Das ist aber halt auch schon der siebte Film, ich glaub, oder so. Ich weiß, ich weiß. Und diese Figuren haben's ja alle weiterentwickelt. Nee, also ... Das ist doch keine Weiterentwicklung, dass dann der Hippie-Vater, der demonstriert dann gegen Gentrifizierung, weil sein Sohn ein Haus bauen will, und dann schwebt er auf so einer Plane über der Baustelle und sagt ... Deutsche Candyman. Ja, das ist halt echt so ... so dieses, wo dann so Leute ... Ja, ich find auch mit diesem Fleischersatz, das geht jetzt zu weit. So eine Bratwurst. Das ist halt die Zielgruppe für mich. Ja, bayerische Candyman. Ich guck das. Ja, mach mal. Ich will das mal sehen. Wir können gerne noch mal drüber sprechen. Ja, mach mal. Mich macht das aktiv. Ja, lass uns doch mal so drei Filme ... Ja, wir können auch alle sieben gucken. Ja, okay. Statt Wrong Turn. Ist ja im Prinzip genauso, nur ohne Splatter. Ja. Also ich hab drei schon, glaub ich, gesehen. Ja, dementsprechend bin ich dabei. Gibt's da bei Sauerkrautkoma auch jemanden, der Sweet Toast oder Eleven Finger isst oder so? Ja, das ist die meisten sehen so aus. Nein, das stimmt. Da sind ja echt gute Schauspieler dabei. Der Vater wird von dem eigenen Spieler bei Pastewka diesen sehr coolen Live-Coach gespielt. Also Schauspieler, bis auf die Hauptrolle find ich die Schauspieler auch alle gut. Sie nerven halt nur in den jeweiligen Worten. Simon Schwarz zum Beispiel. Ja, ja. Der ist auch immer ganz nett, aber der schreit halt auch sehr viel rum. Ja. Oder das nicht mal schreien, das ist poltern. Also so dieses ... Ja, sehr energisches ... Aber so ist das doch auf dem Land. Du bist da aufgewachsen. Du weißt, was das ist. Ja, aber ... Deswegen wohnt er ja auch in Berlin. Ja. Deswegen hast du dich da in Berlin in dein stilles Kämmerlein zurückgezogen. Also dem allen ... Soll ich mal eine neue Berlin-Geschichte erzählen? Erzähl deine neue Berlin-Geschichte und danach machen wir einen Spot. In der Metzgerei gab's falschen Hasen und ich dachte so, eigentlich will ich weder Mischgemüse noch Kartoffelbrei, vielleicht einfach Pommes. Und dann die Preisgestaltung hat sich als sehr kompliziert erwiesen. Dann haben sie so gemeint, komm, kassier ihm einfach einen Euro mehr ab. Und dann hab ich einen Euro mehr bezahlt für so einen egelhaften Klumpen Hack, weil ich da so Bock drauf hatte, mit Pommes im Austausch, weil sie irgendwie das nicht berechnen konnten. Haben sie deinen Hack wenigstens gemacht oder hast du gegessen? Und auch hat der Pommes über mich als der gesprochen. Und ... Der. Also du wolltest Pommes anstatt Kartoffelbrei. Und anstatt Mischgemüse, weil ich's unterwegs essen wollte und dann geht das ja nicht so. Man hat's einfach hackt bekommen, roh. Nee, schon so ein Stück falschen Hasen, das sind ja diese Pommes. Ja, ja, okay. Ja, und dann hab ich dann nur so, und dann so, der will falschen Hasen mit Pommes. Dann wurde schon, dann wurde so meine Richtung geguckt, so als ob ich halt komplett entartet wäre irgendwie. Dann wurde noch so drüber gesprochen, wie man das berechnet. Dann hat die eine so abgewunken, komm, berechnet dem einfach einen Euro mehr. Und hat mir noch so einen verachtenden Blick. Und schmeiß ihn raus. Ja. Aber Moment, wie hättest du denn den Hackbraten essen wollen, den Hasen, die falschen Hasen? Mit so einer Plastikkabel, wo ich die Pommes auch mit esse. Ich hab da ja lange drüber nachgedacht, aber den Kartoffelbrei und das Gemüse hättest du nicht mit der Gabel essen können. Das wollte ich nicht auf so einer Schale haben, weil das dann ineinander, das hätte sich miteinander berührt. Jetzt wollte ich eine Geschichte erzählen, jetzt stehe ich selber wieder selbst da. Ist auch gut. Vielleicht Geschichten, in denen das Wort falscher Hase vorkommt, nicht erzählen, weil da kann man nie cool dabei aussehen. Ich hab jetzt die ganze Zeit im Kopf gehabt, du hast dir so eine Hackball auf die Hand geben lassen. Falscher Hase schmeckt auch nicht. Ich weiß nicht, was ich gedacht hab, warum mir das schmecken könnte, weil man es früher ab und an gegessen hat. Das ist nicht lecker. Das waren wieder Jugenderinnerungen aus dem Dorf. Ja, das siehst du. Da kommt die Dorfjugend wieder. Apropos Jugenderinnerungen. Wie ist es bei Schakma? Ja, genau. Kommen wir zu Jugenderinnerungen. Stimmt. Das Thema Jugend ist auch nochmal vielleicht zweimal Thema. Ne, dreimal sogar. Dreimal. Gut, dann machen wir jetzt einen Spot. Und danach gibt's direkt den Supercut und wir steigen ein mit den Filmen für diese Woche. Do you think that's enough? Yeah, I think you're probably gonna want more than that. Oh nein, Crash und Eddie sind in die verlorene Welt zurückgegangen. Und ich dachte, ich treffe schlechte Entscheidungen. So, das sieht weniger aus, als es ist. Aber wir haben tatsächlich eine ganze Menge. Aber wir wollen erstmal mit den Kinostarts, glaube ich, beginnen. Genau, und dann arbeiten wir uns weiter durch. Und da fangen wir doch mal direkt an mit dem Film, der wahrscheinlich die Dramafreunde am ehesten überzeugen wird oder eben halt die Fans von Joaquin Phoenix. Come on, come on von Mike Milz startet heute im Kino. Habt ihr den schon gesehen oder hattet ihr den sehen können? Leider nicht. Ja, also es geht hier um einen Radiomoderatoren, Johnny. Der reist durchs Land und interviewt Kinder über ihre Gedanken zur Zukunft, über ihre Gedanken zum Land, zu den Ängsten, zu den Wünschen, zu den Hoffnungen und so weiter und so fort. Und der hat eine Schwester, die jetzt auch einen kleinen Sohn hat. Und den muss sie jetzt mal für eine Zeit lang allein lassen, denn ihr Ex-Mann, der ist Borderliner und hat gerade wieder eine schwierige Episode, weshalb sie ihm dabei helfen muss, beziehungsweise ihm helfen möchte, aber sich halt dabei eben nicht um den Sohn kümmern kann. Also übernimmt Johnny den kleinen Jesse und wird jetzt halt eben Vater Ersatz oder Vater wie der Willen und nimmt dann Jesse ebenfalls mit auf die Reise durchs Land zu den Interviews oder zu den Stationen, wo er halt macht, um die Kinder zu interviewen für seinen Job. Ja. Und ist ein schöner Film. Ich kann's nicht anders sagen. Es ist ein schöner Film, aber er ist meiner Ansicht nach nicht frei von gewissen Distanzierungen, sag ich jetzt mal so. Denn mir hat sich im Laufe des Films nicht so wirklich erschlossen, warum der schwarz-weiß ist. Das zum einen, das war so ein bisschen merkwürdig. Natürlich, dann kommt aber noch hinzu, der Film ist halt halb fiktional und halb Dokumentation, weil die Kinder, die da interviewt werden und die da halt ihre Gedanken zum Besten geben, die sind echt. Okay. Und dann hast du halt schon mal diese Fusion aus Dokumentation und ja, fiktionaler Geschichte. Du merkst, die fiktionale Geschichte ist persönlich. Da versucht Mike Mills irgendwie so ein bisschen sein eigenes Vatersein jetzt zu verarbeiten. Dann hast du halt diese Dokumentation, dann hast du das schwarz-weiß obendrauf. Zwischendurch lesen immer mal Figuren noch irgendwelche Essays vor. Und dann hörst du noch Claire de Lune. Und irgendwie denkst du halt, du bist dann doch irgendwo in einem Kunstprojekt und nicht mehr ganz in dieser intimen Studie, die der Film teilweise ist. Und das fand ich halt ein bisschen schade, weil dadurch pusht er mich so ein bisschen immer von sich oder hat er mich so ein bisschen weggepusht. Wo andere Szenen wirklich ... Es gibt eine Szene, da läuft Johnny mit Jesse durch den Supermarkt und telefoniert. Und sagt halt, hey, hier, hol mal das und das oder mach mal das und das und versucht gerade mit seiner Schwester am Telefon irgendwie Sachen zu besprechen, die halt wichtig sind für Johnny, für seinen Neffen so. Und dann kommt da eine Szene, die hab ich auch schon erlebt. Plötzlich ist der Junge weg. Und du rennst durch diesen Supermarkt. Und Supermärkte sind halt echt scheiße für so eine Gelegenheit, wenn du halt ... Du hast keine Übersicht. Du siehst nur diese Gänge und du rennst von einem Gang zum nächsten. Und in keinem dieser Gänge ist dein Kind oder das Kind, auf das du aufpassen sollst. Und der steht dann aber wahrscheinlich nur in irgendeiner Ecke und du musst durch diesen ganzen Laden rennen, bis du ihn dann irgendwie mal gefunden hast. Hab ich auch schon gehabt mit Kinderwagen und meinem Sohn. Der hat sich dann einfach nur an so ein ... Kennt ihr diese Pixie-Bücher? Diese kleinen Bilderbücher? Da gibt's doch immer diese Schalen in diversen Supermärkten, wo die halt alle so drin sind. Ja, und da stand mein Sohn halt und hat sich halt ein Pixie-Buch nach dem anderen irgendwie angeguckt. Und ich hab ihn aber halt aus den Augen verloren, weil ich dann auch gerade mit meiner Frau irgendwas noch kurz getextet hab. Und batz, renn ich durch den Laden und hab halt Panik, dass er ausgegangen ist so. Und solche Szenen gibt's halt in dem Film auch. Und das ist wirklich aus dem Leben gegriffen. Das ist echt cool. Und auch die Beziehungen, die die beiden miteinander aufbauen, das ist wirklich süß. Es ist toll. Aber diese andere ... Wir saßen ja auch letztes Jahr, war ich auch mal hier in der Sendung, da hab ich, glaub ich, einen Trailer geguckt, als es zum ersten Mal gerade rauskam. Und da meintest du halt direkt so, oh, das ist bestimmt so ein Film, das geht mir als Vater wieder komplett und das kann ich gar nicht gucken. War das so oder geht's in eine andere Richtung? Ist er gar nicht so schwer? Na, also, wie gesagt, ich konnte die Szene ... Also, es gibt gewisse Momente, die konnte ich super nachvollziehen. Wirklich super nachvollziehen. Und die sind auch rührend und die gehen mir zu Herzen. Aber sie sind halt inmitten dieser Essays und Interviews und irgendwelchen Montagen, die dann halt ... Nebensächlich, oder? Genau, ja. Also, was heißt nebensächlich? Sie sind halt einfach nur ein Teil. Das ist halt so ein Flow irgendwie. Ja, das passiert dann immer. Und im Prinzip, diese Interviews, ist ja auch ein bisschen so, als ob du mit ihm zur Arbeit gehst. Also, das ist ja irgendwie so sein Job. Und ich hatte auch am Anfang diese ... Also, der Film hat halt vieles, was richtig ins Auge gehen kann, aber so Filme auch irgendwie übers Mittelmaß hebt. Weil, warum er schwarz-weiß ist, wird ja wirklich nicht klar. Das ist halt einfach eine künstlerische Entscheidung. Ja, ist aber wahrscheinlich auch vorher in Farbe. Dann haben sie bei A24 eingereicht. Ja gut, erst mal den Filter drüber gezogen. Ja, beim Konvertieren schiefgelaufen. Keiner hat sich getraut, was zu sagen. Ja, und du hast am Anfang ja auch diese Szene, wo dann so ganz viele so Interviewsequenzen schon mal so ... Also, auch so merkwürdiges Foreshadowing, wo man auch so denkt, okay, warum ist der Film am Anfang jetzt so schnell oder fast gehetzt, bevor er dann ja komplett entschleunigt wird. Und da hast du ja auch so einen Jungen, der in so einem Schaugestuhl sitzt und er hat dieses groteske lange Mikro, wo du so denkst, Alter, das ist alles schon wieder fast so eine Karikatur auf sich selbst. So, ja, Arthouse-Filme, ne? Ja, ja, genau. Und dann denkst du so, okay, wenn du jetzt nicht lachen musst, sondern du denkst, okay, starke Szene, aber es könnte kippen, dann wird der Film halt entweder richtig gut oder verliert dich so auf der Strecke. Also, ich mochte den sehr und ähnlich wie bei diesen 20th-Century-Women auch von Mike Mills will er halt wieder viel zu viel reinpacken, was ich aber immer recht achtbar finde, weil er großes Feld aufmacht, worüber man danach sprechen kann, weil natürlich ein paar von den Gedanken von den Kindern sind zwangsläufig Kindergedanken, wo man so denkt, cool, also schön, dass du noch diese Weltsicht hast, ein paar wirken auch so altklug, wo man dann wieder so denkt, oh ja, unangenehm, aber auch valid und ein paar Sachen sind ja wirklich, wo man so denkt, okay, dafür, dass so Themen, also diese wirklich universellen Themen, was bedeutet es, erwachsen zu werden, was bedeutet es, Kind zu sein, wie respektiert man die Individualität von einem Kind, dass man denkt, das ist schon so oft verhandelt worden, das hat man so oft gesehen, dass er dann trotzdem noch neue Facetten reinbringt, das fand ich schon beeindruckend. Ich fand's vor allem auch, ich fand's halt schon irgendwie auch gut, ich sag's einfach gut, dass diese Gedanken von den Kindern in dem Film drin sind, weil die stehen ja schon im gewissen Kontext zu dem, was Johnny halt versucht, mit seinem Deffen zu erreichen, halt einfach ein Kind aufzuziehen, mit auf den Weg, also auf den Weg zu bringen, so, ne, was sagt man dem Kind, was zeigt man dem Kind, was lebt man dem Kind vor, weil das ist ja halt nur einfach mal so, egal was ich sage, egal was ich mache, wenn das meine Kinder sehen und denken, das ist in Ordnung und sie machen's halt auch, dann machen die das einfach, obwohl ich vielleicht gerade in dem Moment einfach scheiße gemacht hab, so, ne, und ich bin mir dessen bewusst, aber die sind sich nicht dessen bewusst und ich find, dass der Film mit diesen Gedanken der Kinder halt schon einen gewissen Mehrwert generiert, weil die einem auch als erwachsener Mensch, egal ob man Kinder hat oder nicht, geben die einem zu denken, weil die halt auf eine Zukunft hinweisen, für die wir gerade verantwortlich sind, nicht irgendwie unsere Eltern oder sonst irgendwas, sondern wir, ja, und das find ich schon auch cool an dem Film, aber ich find, es greift halt nicht alles so cool ineinander, ja, und wo die einige, wo dieser Film zum einen echt so intim ist und so sympathisch nah, ja, ist er da oftmals irgendwie wieder so weit weg, wo ich mir denke, ja, okay. Er wird halt immer dann am schwächsten, wenn er halt wieder versucht, eine Geschichte zu erzählen, anstatt einfach so diese einzelnen Momente, die auch irgendwie miteinander zu verknüpfen, aber so aufs Wirken zu lassen einfach und das so eher als Frage an dich als Vater, findest du es von ihm anmaßen, dass er so großen Einfluss auf die Erziehung von dem Kind nehmen möchte, weil eigentlich ... Der Onkel? Ja. Eigentlich steht ihm das doch nicht so wirklich offen, oder doch? Weil da muss ich so drüber nachdenken, ob er nicht da sich jetzt auch zu viel rausnimmt, weil es ist ja gar nicht seine Aufgabe, weil er nimmt ja quasi Vater- und Mutterrolle dann auf einmal in einem. Ja, aber das Problem ... Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch die Situation, mit der sich halt der Radiomoderator oder Johnny halt auseinandersetzen muss. Was mach ich jetzt? Lass ich den Jungen jetzt alleine und warte drauf, dass seine Eltern ihm vielleicht das mal alles erklären. Und das scheint bei seinem Vater erstmal ausgeschlossen. Und seine Mutter, die sich halt gerade um den Vater kümmert, ist halt einfach nicht da, um das aufzufangen. Aber ist er wirklich, weil ich meine, er ist jetzt auch nicht gerade der ... Nee. Also, er ist ja auch ein ... Er ist ein Einzelgänger. Ja, ein rütterter Charakter, der halt auch mit sich selbst zu kämpfen hat. Also, klar, eine Idealwelt gibt's ja selten, dass du so sagst, okay, das sind jetzt Musterfahrtermuster, außer bei euch natürlich. Aber das hat man ja selten, dass man da so denkt, okay, hier ist alles so. Und das wär als Filmstory natürlich auch nicht so spannend. Aber ich find schon, dass er sehr anmaßender ist, weil er ja automatisch seine Welt sich als die einzig legitime sieht und dem Kind ja auch so ein bisschen überstellt. Nein, ne? Also, das ist das Schöne an dieser Figur von Joaquin Phoenix, der auch mal erstaunlicherweise normal ist. Also, einfach einen ganz normalen Typen eigentlich schon spielt. Er fragt ihn ja. Er sagt ja, ey, möchtest du das machen? Und natürlich sagt der Zehnjährige, oh geil, ich kann mit durchs Land reisen, hab ich Bock drauf. Also, das ist jetzt nicht so eine kritische Auseinandersetzung, die man da irgendwie zu sehen bekommt. Aber ... Also, was ist die Alternative? Was ist die Option? Ja, er kann den Jungen einfach mitschleppen und kann ihm halt gar nichts sagen und überlässt ihn halt sich selbst. Und ich glaube, er hat halt für sich entschieden, zu sagen, nee, ich versuch dem Jungen halt so gut es geht, auf meine Art und Weise zu helfen. Es ist für, glaub ich, wenn es mein Kind wäre, müsste ich jetzt ... Gut, dann müsste ich halt auch noch ein bisschen einrechnen, dass ich eine bipolare Störung habe. Und das wäre dann halt natürlich ... Weiß ich nicht, ob das meine Gedanken wären, dass der Onkel sich da jetzt in meine Erziehung ... Ich glaube, man ist da halt schon dankbar. Man gibt das Kind ja auch nur an Leute, denen man vertraut. Aber ich glaube halt nicht, dass sie wussten, okay, die besprechen jetzt andere Kinder und er wird ihnen so ein komplettes Mindset mitgeben. Sondern im Prinzip ist es ja eher so, was ist das für ein Zeitraum im Film? Zwei, drei Monate? Ja, es ist ... Genau, also ich denke mir halt einfach schon, dass Joaquin Phoenix, oder die Figur von Johnny, eben die Zeit nutzt, die ihm zur Verfügung steht, um halt dem Jungen so gut es geht zu helfen. Ja, aber eigentlich sehr auch dann sich selbst und halt irgendwie sich selbst an einem Kind heilen, das finde ich halt so auf so einer Meta-Ebene ein bisschen schwieriger. Also hab ich teilweise immer so gedacht, schon ein schöner, süßer Film, aber ob das jetzt so smart ist, was er da macht ... Aber ist das nicht ... Also da ist es dann halt auch wieder der Film, ist das nicht oftmals so, dass eben genau so eine Beziehung halt nicht nur für einen hilfreich ist, sondern eben halt auch für beide? Also wie oft haben wir uns eine Beziehung angesehen, wo am Ende beide, sag ich mal, einen Benefit davon genommen haben. Und ja, ich könnte es verstehen, wenn ich unter normalen Umständen wäre und das wäre jetzt einfach der Onkel meines Kindes und der würde den jetzt halt haben und würde dem halt so viele Sachen erzählen, die konträr zu dem wären, was ich gesagt habe, dann wär ich da auch sauer, klar. Ja, also dann würde ich auch sagen, Alter, was erzählst du dem für einen Scheiß? Also wir hatten die Situation bei uns auch letztens, dass dann, da kam halt, ja, wie halt so oft, glaub ich, in sehr vielen Haushalten gerade, kam halt der Krieg auf. Also da kam halt das Thema Ukraine auf so und da war dann halt auch eine Situation, dass jemand bei uns sagt, oh, ja, ist alles so schlimm und was weiß ich, wo wir dann halt auch sagen mussten, ey, bitte, ja, ne? Lass uns das mal bitte irgendwie versuchen einzuordnen und da die Gewichtigkeit irgendwie, weil sonst hocken die da, die lernen das schon in der Schule, die kriegen da in der Schule Aufklärung. Wir haben uns mit denen irgendwelche Kindernachrichten angeguckt, um die halt ein bisschen im Bild zu lassen, so, that's it. Und du musst jetzt meiner Ansicht nach nicht viel mehr dramatisieren und nicht unnötig dramatisieren. Und unnötig möchte ich jetzt bitte nicht falsch verstanden wissen, sondern ich versuche halt einfach nur meinen Kindern jetzt nicht eine allzu große Panik und Angst zu machen. Kinder haben keine moralische Verpflichtung, sich schlecht zu fühlen für irgendwas, was sie in den Dimensionen nicht begreifen. Genau. Und vor allem viele Erwachsene begreifen ja den ganzen Umfang, nicht mal selbst. Die sollen ein Kind das verarbeiten. Genau. Es reicht, wenn die so die Basis... Ich finde, dann ist es nicht zielführend oder hilfreich, wenn du halt, ja, die Kinder spüren lässt, dass es halt eine riesengroße Gefahr ist oder dass du selbst halt Angst hast. Ja, genau. Oder vor allem halt auch irgendwie so sagst, dass allgemein alle Angst haben oder so. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Angst haben. Natürlich ist es eine bedenkliche Situation. Ich will's nicht kleinreden. Aber ich finde auch, man muss es jetzt nicht einem Fünfjährigen und einem Siebenjährigen so mit einer aller Drastik vor Augen drücken. Nein, gar nicht. Und das sind halt so Sachen, ja. Ja, aber das sind Kleinigkeiten, ja. Und ja, das ist ein bisschen größer. Aber ich denke mal, alle Beteiligten gehen ja auch eben davon aus, dass es eben nur eine gewisse Zeit ist, die Johnny... Ja, jetzt hast du die Frage, ist es irgendwie Herbstferien mit dem Onkel oder er macht ja so ein Life-Changing-Experience. Ja, ja. Wäre der Junge fünf Jahre jünger, hätte er ihm ja wahrscheinlich auch gesagt, ja, hier, Weihnachtsmann gibt's nicht. Und das ist ja dann die Frage. Also wärst du sauer, wenn du jemand anders deinem Sohn oder deiner Tochter sagen würdest, den Weihnachtsmann gibt's nicht? Ja, also ja. Das war, erleb ich ja schon im Kleinen sowieso. Wenn zum Beispiel irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Mitschüler, die größere Brüder haben oder sonst irgendwas und den kleinen Bruder haben halt mitschauen lassen oder die kleine Schwester und die dann natürlich kommen und sagen halt, ey, sag mal, das und das und das. So, ist das so? Und dann kommt mein Sohn zu mir und sagt, sag mal, ist das so? Blablabla. Dann krieg ich manchmal auch schon halt so von wegen, ah, jetzt lass dem Kind doch bitte den Zauber, dass es für sich selbst entdecken kann, so. Ob das jetzt mit dem Thema Weihnachtsmann und Osterhase oder was auch immer, ob das jetzt alles schon so groß verhandelt wird, ich glaub, ab nem gewissen Alter peilen die Kinder das eh. Und dann ist es auch egal, ob du denen gesagt hast, ey, das haben wir alles nur, sag ich mal, als Erfindung oder Geschichte oder schöne Geschichte für euch, sag ich mal, erfunden. Oder, naja, du versuchst den Glauben aufrechtzuerhalten, ist meiner Ansicht nach egal. Also irgendwann ... Prank. E-Büms. Ja, aber in super spannender Diskussion auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen, ja, merke ich, die Krux des Films ein bisschen. Also wie weit darf er dem Kind so quasi seine ... Ja, aber ... Und dann die Gegenfrage, ne, wie weit hält er sich zurück? Also wie sehr darf er sich zurückhalten? Das ist halt auch das Thema, was halt da ... Ja, aber gleichzeitig ist er da in dem Sinne der Beziehungsberechtigte für den Moment, ne, ja. Aber da haben alle zu eingewilligt. Ja, ja, aber halt mit diesen Konsequenzen. Also zum Beispiel, ich denk ja auch, also der typische Fehler von Leuten, die keine Kinder haben, ich weiß genau, wie's läuft. Und dass alle maßlos übertreiben, das kann doch nicht so schwierig sein. Und deswegen weiß ich aber auch ... Also ich würd mich anders verhalten als er. Ich würde irgendwie zurückhaltender agieren. Oder auch mehr im Gespräch, weil da ist es auch oft schon so, als ob er so Handlungsempfehlungen gibt. Also es ist gar nicht so offen, wie er mit ihm spricht, sondern es ist halt schon immer so ein bisschen so in eine positive Richtung steuern. Aber ich würde halt sagen, boah, weiß ich nicht, ob ich so, wenn ich keine Kinder hätte, ob ich so handeln würde, ob ich nicht einfach sagen würde, hier, der PS5-Controller. Was natürlich wiederum keinen Film mehr gibt. Deswegen, man merkt ja schon, dass diese Kritik schon ein bisschen gesucht ist. Was auch verdeutlicht, dass der Film halt super ist. Die sind ja unterwegs, also muss ein Switch sein. Hm? Die sind unterwegs, muss ein Switch sein. Ja, ein Switch. Warte im Auto, bin vier Stunden wieder da. Ja, hier ist die OLED-Switch. Was, die haben wir zu Hause gar nicht. Das ist das, was Onkels halt machen. Ja, die können ja noch auftrumpfen. Ich muss auch sagen, der Ansatz, den Milz hier wählt, zu sagen, der Onkel ist jetzt mal kurzzeitig der Vater, der Ersatzvater oder halt muss jetzt die Verantwortung übernehmen, die er bislang nie übernehmen muss, ist natürlich dankbarer für einen Film. Ja? Ja, also klar. Das ist ja alles dankbarer für einen Film. Um das Vatersein zu verarbeiten und zu thematisieren, ist das eigentlich zu kurz. Weil er nimmt jetzt so gesehen alle Leute mit an die Hand, die selbst keine Kinder haben. Und dann halt so da reingeraten und halt mal einen Ausschnitt oder einen Einblick dafür kriegen, was halt so mit Kindern passieren kann oder wie es halt so mit Kindern läuft. Und ich sag dir eins, wenn du ein Kind hast, das sagt Onkel Tino, warum ist denn das so? Und Onkel Tino, haben die das so und so so gemacht? Und Onkel Tino, warum wollen die das denn so und so machen? Da kannst du distanziert und rücksichtsvoll bleiben, wie du willst. Irgendwann wirst du erzählen, was der Junge wissen möchte, beziehungsweise allein um deine Ruhe zu haben, wirst du ihm was erzählen. Wenn Tino geht einfach. Ich muss auch den falschen Hasen kaufen. Und du wüsstest ja, du würdest einen Heidenärger von deiner Schwester kriegen, wenn der Sohn oder die Tochter, nachdem du auf ihn aufgepasst hast, irgendwann zu den Eltern hingeht und sagt, oh, bei Tino war es so toll bei Onkel Tino, da durfte die ganze Zeit Plays Film spielen. Ja, ja, klar. Den Stress, den möchtest du auch nicht haben. Ich muss schon sehr, sehr selten auf Kinder aufpassen, aber natürlich ist dann immer so Bibi und Tina so der Joker oder irgendwelche Süßigkeiten oder so klar. Und die ziehe ich dann halt auch wahrscheinlich relativ schnell, weil ich dann einfach so denke, okay, wenn das hier erstmal erst probiert, wie kriege ich das? Wie kriege ich diese Greenroom-artige Situation wieder entschärft von sonst? Ja, ey, come on, come on. Ja, gucken. Gucken ist sehenswert, aber wie gesagt, ich hatte halt ein paar Probleme mit dem Film, die sollen aber nicht euch zurückhalten. Das ist schon ein schöner Film. Und auch der Hauptdarsteller, der Junge, dieser, wie heißt der? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson-Jow. Also anders, aber nicht. Also, ich hab ja jetzt noch diesen Woodrow Wilson-Schnitz. Wer ist denn Woodrow Wilson? Weiß ich nicht. Aber irgendwas wissen wir es nicht. Das forsch ich mir gleich nach. Aber das ist schon ein Trailer. Stammt irgendwas mit W, ja? Ja, ja. Ja. Aber der, wenn ich jetzt mal den Vergleich anstellen darf, noch einmal kurz, nachdem wir jetzt gerade die Adam-Project gesehen haben, wo dieser Walker-Scobell-Ryan-Reynolds spielt. Ich so gelobt hab. Ja, genau. Der Junge ist so viel besser. Der in Come On, Come On. Ja, der ist so viel besser, der ist so viel natürlicher, der kriegt auch echt deutlich schwierigere Situationen vorgesetzt. Und das ist noch das Geilste, ne? Der Film hat in Amerika, hat der ein R-Rating. Der hat ein R-Rating. Okay. Weil der Sohn irgendwann mal über die Abtreibung seiner Mutter spricht, zum Beispiel. Und weil auch irgendwie wie laut MPAA 25 Mal das Wort Fuck gesagt worden wurde. Ja, gut, das reicht bei dir ja schon wieder. Ja, aber, und sie sagen halt, das sind halt Situationen, die dem Kind eigentlich nicht aus-, oder die dem Kind nicht aussetzen darfst. Hier in Deutschland hat er, glaub ich, ne 6 bekommen. Ja, was meiner Ansicht nach auch vollkommen in Ordnung ist. FSK 8, auf das MPAA 8. Aber ein R-Rating für diesen Film, das zeigt halt auch dann wieder ... Ja, vor allem ist das, das ist ja ein Grabstein. Ja. Für so einen Film dann. Und es zeigt aber auch wirklich, das ist eine verquere Denkweise. Ja. Muss man einfach mal sagen. Ja. Ja, guck ich auf jeden Fall noch. So. Wutro Wilsen ist natürlich der 28. Präsident der Vereinigten Staaten. Nee, aber ich kenn den Kechner zu sagen in der Serie, wo das irgendwie gefragt wird. Aber der spielt das Kind, ja. Oder alles so. Aber der hieß auch einfach so weh. Deswegen war der so altklug auch, ja. Erstmal Präsident war's, natürlich schwierig, wieder als normales Kind zu werden. Und OLED-Fisch zu spielen. Gut, kommen wir zu einem Film, den nur Tino gesehen hat, kurioserweise. Und das ist insofern kurios, weil dieser Film heißt JGA Jasmin Gina Anna. Ich dachte, das wäre JSA. Und handelt von einem, was, Junggesellenabschied? Ja. Ja? Erzähl mal. Ja, also JGA ist ja die Abkürzung von Junggesellenabschied. Also das ist halt so eine Doppelung. Und ich bin ja in diesem Junggesellinnen-Abschieds-Business halt auch nicht drin. Aber ich bin da mal in dieses Rabbit Hole reingegangen. Und das sind halt so ganz gängige Bezeichnungen. Und ich find ja, einer der größten Red Flags von Leuten ist ja, wenn sie wirklich einen Junggesellenabschied feiern würden. Weil da wird ja wieder so klar, dass es anscheinend doch krasse Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Dass die getrennt voneinander noch mal richtig die Sau rauslassen müssen. Das zeichnet ja auch ein ganz deprimierendes Bild, was eine Ehe überhaupt ist. Also dass danach also so dieses Gefängnis oder was auch immer losgeht. Also ich find das alles ganz bitter. Und ich find auch, der schlimmste Ort auf der Welt ist Freitagabend der Kölner Hauptbahnhof. Wenn diese ganzen Junggesellenabschiedsgruppen, ist das in Hamburg auch so? Ja, ja. Kiez war früher immer halt. Kiez war früher. Kiez war früher. Stimmt, Kiez, stimmt. Wenn die Bauchläden kommen und Spenden reinwerfen, dass die da versoffen werden. Das ist in Berlin, glaub ich, nicht so. Oder ich weiß nicht, wo die sich da so rumtreiben. Aber ich seh's da relativ selten. Aber als ich das halbe Jahr in Köln gewohnt hab, dachte ich auch so, Wahnsinn. Also Junggesellenabschied ist halt ganz, ganz furchtbar. Oh, da hab ich mir selber ein Stichwort gegeben. Ja, der Film ist halt auch, also ... Also er ist so unlustig, um eine Komödie zu sein. Versucht teilweise halt auch echt so ernste Themen anzubrechen. Und halt immer so diese, oh, wir werden jetzt erwachsen. Der Ernst des Lebens geht los. Das soll dann so durchdekliniert werden. Das funktioniert natürlich aber auch hinten und vorne nicht. Aber gibt's denn eine Geschichte, abseits hier ist ein Junggesellenabschied? Also was ist der Über-, was ist der Über-, Also die eine, wenn ich's richtig mitbekommen habe, leidet sehr unter ihrer, ähm, ja, unter ihrer kaputtgegangenen Beziehung. Mhm. Und ihre Freundin wollen sie halt eben aus diesem tiefen Tal rausholen und sagen halt, ey, wir gehen jetzt erst mal hier in die Edeldisse und danach geht's ab nach Ibiza. Ja. Und wenn ich's richtig verstanden hab, auf Ibiza trifft sie dann genau ihren Ex wieder. Ja. Ja, das mit dem Penis auf der Stirn, die zusammengemeidene Augenbrauen. Gibt so das Humorlevel so. Das ist halt nicht, also es passieren viele Sachen, die nicht lustig sind, sondern halt auch einfach nur plump. Also auch so ein aufgeblasener Riesenpenis ist ja per se nicht lustiger. Da werden oft so Sachen einfach behauptet, so dieses, äh, dieses Big Bang Theory Ding, wo Word of Warcraft gesagt wird, aus dem Off kommt ein Lacher und man soll sich denken, aha, Word of Warcraft ist lustig. Mega witzig, ja. Deswegen, ich hab was bei ihr nicht gesehen, aber ich dachte schon, ich hab was anderes vorbereitet. Warte. Ich hab nämlich die besten Sprüche für Junggesellenabschiedsshirts rausgesucht und anhand eures Lachens werde ich euch danach sagen, ob die Sprüche lustiger waren oder der Film und darauf können wir dann eine Handlungsempfehlung ableiten. Ich sag nur so viel, ich hab halt eine Kritik gelesen, die den Film schon deutlich über die Durchschnittskomödie gehoben hat. Ich sag's nur. Mutmaßig, weil er versucht, diese ernsten Themen zu verhandeln, aber wenn du als Komödie nicht funktionierst und aber auch ein Drama sein müssen, da nicht funktionierst, das ist halt schwierig. Also sich lieber auf eins fokussieren. Bitte was? Auf eins fokussieren. Fokussieren, genau. Auf eins fokussieren, wie zum Beispiel sowas wie Hangover. Das funktioniert ja. Oder halt diese traurigeren Töne anschlagen. Und ich find auch, dass Goldfische das teilweise ganz gut hinbekommen hat, der auch viele Kritikpunkte hat, wie er eigentlich alles darstellt. Aber der hat's wenigstens geschafft, in so kleinen Sequenzen dann trotzdem mal reinzubringen, okay, das Leben ist halt nicht so geil, auch wenn mir zu tun ist, ob alles so mega lustig wäre. Aber diese Wohlstandsprobleme, die da existieren, dann so, ah, die Beziehung ist kaputt. Und dann muss aber wieder so Party gemacht werden. Also das funktioniert nicht. Aber um noch mal was Positives zu sagen, ich find Axel Stein, immer wenn ich den in den letzten Jahren irgendwo seh, super. Ich mag ihn auch. Also in dem Jom Balagüero-Heistfilm. Stimmt. Da war er auch, da hat er den Computerhacker gespielt. Und ich fand's cool, dass er da drin ist. Und der hat irgendwie auch eine charmante Not reingebracht. Ich find ihn hier auch gut. Also ich finde auch, dass der ... Also natürlich lustige Rollen stehen ihm wahrscheinlich, weil man so aus seiner Herkunft ihn, eher aus lustigen Rollen, aber ich glaub, der kann auch ernste Sachen spielen. Aber jetzt geht's los. Und ihr werdet halt auch lachen und euch selbst dafür schämen. Aber sind das Sprüche, die im Film existieren? Nee, die hab ich so rausgesucht. Sie haben auch die meisten Namen im Filmbezug, aber ich hab nicht so viel gefunden. Also, Deadman Walking. Okay. Jetzt werd ich wirklich ein Herr der Ringe. Also, ich hab extra die Schlechtesten rausgesucht. So, jetzt pass auf. Das war's. Er heiratet in der Star Wars-Schrift. Das war's. Wegen Star Wars. Verstehen ihr? Tapfer gekämpft, aber gegen den Drachen verloren. Ja. André, bitte. Eine Destination Wedding. Das ist auch bei der U2. Ich will voll krass sagen, das ist doppeldeutig. Wenn du das in Wedding trägst, ist es fast schon wieder cool, sonst nicht. Den find ich ganz okay. Die Braut, die sich traut. Geht. Was? Das ist doch okay. Also, zumindest nicht so schlimm. Die erste Ehe ist die schönste. Okay. Nicht gut. Nochmal auf die Piste. Ehe es zu spät wird. Ja, Mann. Zack knallt besser als manche Männer. Was? Zack knallt besser als manche Männer. So, und mein Favorite, betreten das Saufstelle auf eigene Gefahr? Ja gut, aber das könnt ihr auch. Okay, André hat einmal gelacht, die Sprüche sind lustiger als das. Nee, also ich find's, also ich glaub, da kann man schon mit so einem... Das Problem ist, ich kann jeden von den Sprüchen auf so einem Shirt sehen und dann, ja. Ja, ich kann auch die Schrift da dazu sehen. Und ich kann auch das Shirt morgens um fünf riechen. Und die Farben, in der die Schrift drauf geflockt werden. Ja, das Shirt ist so knallrosa und die Schrift ist aber auch so orange oder so. Ja. Also sehr schwierig zu sagen. Uh, ich... Ja, also... Hey, come on, es ist... Nee, come on, war der Film davor. Nee, also zieh ich... Uh. Also nee, es appealt mich leider null Komma. Ja, das muss man auch natürlich, dass das auch kein Film ist, der mich im Vorfeld appealed hätte. Also ich glaube... Was heißt appealed? Angezogen, angesprochen. Ah, okay. Also so, dass ich so gedacht hätte, ah, JGA, wollte ich immer schon mal wissen, was ist ein JGA. Ich hab schon JSA geguckt und JVA, ah, jetzt will ich auch mal JGA sehen. Stimmt, ne? JGA und JVA, äh, JSA, ja. Hab ich auch anstunden. Ja, ja, genau. Ja. Ja, du, wie gesagt, ich kann nichts zu sagen. Also wir sind nicht die Zielgruppe und... Ich fand nur den Goldfische auch etwas besser als so vergleichbare... Ja, ja, und ich mein, mit Zielgruppe ja auch nicht so, dass das Thema nicht das Ding ist, weil man guckt sich oft Sachen an, wo man sagen würde, das ist nicht die Zielgruppe, weil für einen guten Film ist jeder die Zielgruppe. Aber hier muss man halt schon diese... Ja, mit so einem Pikulöchen geht das wahrscheinlich klar. Denk ich auch. Also... Ja, so. Und wenn man denkt, ein Junggesellenabschied ist der zweitbeste Tag des Lebens. Also wenn man halt denkt, ein Junggesellenabschied, das wird schon richtig geil und dann auch so in die Planung reingehen. Ich hab die Sprüche eben im Zug rausgesucht, dann war ich auch auf diesen Junggesellenabschiedsseiten und die Leute haben halt auch auf meinem Monitor, ich hab mich dann auf einmal so geschämt, dass dann Leute von mir denken, dass ich einen Junggesellenabschied planen würde. Das wird mit dem Leben nicht in den Sinn kommen, jemals an sowas teilzunehmen. Hast du noch nicht? Nee. An keinen Junggesellenabschied? Nee. Ich kenn auch niemanden, der verheiratet ist außer dir und dir. Ja. Hast du einen Junggesellenabschied gefeiert? Naja, wir haben ja auch nur standesamtlich ganz klein während Corona geheiratet. Da geht ja eh nix. Okay. Also müssen wir nochmal einen feiern? Nee. Was denn? Ein Junggesellenabschied bei uns wird ja wohl anders aussehen als auf dem Kiez. Das können wir heute Abend machen. Dann gehen wir in Morbius und dann sind Freunde. Da bringe ich Shirts mit. Ja. Da hab ich drunter. Ja. Gehen wir gleich hier vor Ort. Oben oder unten. Aber müssen wir nur aufpassen, dass der Abend nicht in der Ambulanz endet, ne? Oh. Aha. Krass. Oder in der Bank. Ja. Junggesellenabschied? Ja. Nur eines, eine... Oder in L.A. Eine... Wäre aber eigentlich auch nicht verkehrt. Nur eine Anekdote. Ein Freund von uns hat Junggesellenabschied gehabt, Stripperin dabei gewesen. Ich glaub, die ist ihm sowohl wie mit den Stöckelschuhen einmal aufs Ei gelatscht. Wie halt aber auch, dass er in seinem Stuhl... Bestes Tage in meinem Jahr in meinem Leben. Er ist in seinem Stuhl halt dann aber auch wirklich so ungeschickt umgekippt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Und die Hochzeit am nächsten Tag oder wann das war oder zwei, drei Tage später mussten sie halt absagen. Ja. Der ist auf jeden Fall in der Ambulanz geendet und da endet jetzt auch Michael Bay. Beziehungsweise da macht jetzt Michael Bay mit seinem Schaffen weiter. Film basiert auf einem... Was ist das? Norwegisch? Schwedisch? Dänisch. Dänisch. Auf einem dänischen Originalambulanz aus dem Jahr 2005. Gibt's bei Netflix gerade noch zu sehen und Michael Bay hat daraus einen 105... Der Originalfilm geht 75 Minuten. Michael Bay hat einen 135 Minuten Koloss draus gemacht. Hier geht's um zwei, ja... Ich sag's jetzt einfach so, ungleiche Brüder. Nämlich Daniel und William und William ist ehemaliger Kriegsveteran, muss eine OP für eine schwierige und experimentelle OP für seine Frau finanzieren und kommt bei den Krankenkassen nicht weiter, kriegt keine Unterstützung, gar nichts. Also beschließt er halt, das zu machen, wovon seine Frau ihm vehement abgeraten hat. Er bittet seinen Stief-Halbbruder, Adoptivbruder Daniel um Hilfe. Genau im richtigen Moment, denn Daniel ist gerade im Begriff, eine Bank auszurauben mit ein paar anderen Typen. Hassel. Wo es richtig viel Kohle abzusahlen gibt und ihr könnt's euch vorstellen, dieser Bankraum läuft da nicht ganz so nach Plan und Daniel und William finden sich in einem Krankenwagen wieder mit einer, ja, Rettungsassistentin, ne, einer Rettungssanitäterin, gespielt von Isaac Gonzalez und eben einem Polizisten, den William angeschossen hat. Und darum geht's. Die fliehen jetzt halt in diesem Krankenwagen vor der Polizei. Und der Auftakt ist deutlich länger als im Film, weil die ganze Vorgeschichte wird im Film, in dem Original, eigentlich nicht erklärt. Da gibt's einen Satz. Wir machen das für Mama. Genau. Und vor allem der Bankraub selbst wird nicht gezeigt. Genau. Der Film fängt damit an, sich herausstolpern. Und Michael Bay schöpft halt aus den Vollen, zieht halt wirklich richtig vom Leder. Und es ist, ja, ich hab's für euch ja schon bei WhatsApp geschrieben, es ist Kamerafahrt The Movie. Ja, weil Michael Bay hat die Vorteile und Annehmlichkeiten und, keine Ahnung, die Spielereien mit Drohnenkameras jetzt richtig kennengelernt und ausgenutzt. Also, die Kamera ist wirklich so hart und krass in Bewegung. Die ganze Zeit. Seht ihr, ihr seht's da. Ja, ja, wahnsinnig gut aus. Diese ganzen Drohnenshots durch irgendwelche Flure hindurch, durch irgendwelche Gänge hindurch, durch irgendwelche Straßen hindurch. Das Hochhaus hoch, das Hochhaus wieder runter. Und, also manchmal glaubt man echt, Michael Bay möchte sich so ein bisschen über sich selbst lustig machen. Weil das halt sehr, sehr exzessiv übertreibt. Aber, trotzdem find ich diesen Film nach langer Zeit mal wieder einen der ... Obwohl, ich muss auch sagen, ich hatte auch Spaß mit Underground Six. Six Underground. Six Underground, weil der halt so baller, baller und bescheuert war. Ich fand ihn ja unterhaltsam. Das ist auch so Menschenveracht. Ja, ja. Der erste Film, wo du auch siehst, dass so Autoverfolgungsjagden halt auch einfach mal zivile Opfer kosten. Ja, ja. Da bist du self-aware mit dem John-Woo-Tauben-Moment. Ich weiß gar nicht, warum er alles drauf getreten hat. Ja, mit dem denen. Ja, ja, aber den ... Er war halt Michael Bay pool. Overstylized. Ja, ja, ja. Und ich finde aber, trotzdem war der noch ein bisschen wilder. Und das ist natürlich jetzt auch eine harte Aussage, die ich in Anbetracht von Ambulanz treffe. Aber Ambulanz geht eher mehr so in die Richtung in dieser Thirteen ... Thirteen ... Hours? Thirteen Hours? Oder Thirteen Warriors? Thirteen ... Benzali? Genau, genau. Thirteen Hours hieß der, glaub ich. Der war noch ein bisschen entspannter. Hier entweder die Kamera richtig dicht an Jake Gyllenhaal oder Yaja Abdul-Martin, der Zweite, dran. So wird er, glaub ich, ausgesprochen. Denk auch. Also im Krankenwagen wirklich immer alles dicht, close up und verzerrt und verschmiert und Blutspritzer da, irgendwie Unschärfe hier, Sonnenlicht, das einstrahlt, noch mal oben drauf geklatscht. Also die komplette Michael Bay-Inszenierungspalette. Plus halt die bewegliche Kamera, die halt wirklich sich um alles bewegt. Und relativ, sag ich mal, harmlos noch. So fast ... Ja, so fast ... 100 Minuten lang. Ja, und dann aber gegen Ende, wie immer bei Michael Bay, noch ein Problem. Noch ein Problem, noch ein Drama, noch eine schwierige Situation, noch irgendwie eine Erschwerung. Was weiß ich. Also es fühlt sich an, als kommt er am Ende ... Also weiß er am Ende nicht, wie er so richtig zum Ende kommen soll. Und dann, wie immer bei Michael Bay, ist er plötzlich auf einmal vorbei. Ja, das ist so das typische Ding. Er übt deutlich mehr Kritik an der, ja, Politik der Amerikaner, an der Regierung, am amerikanischen Traum allgemein. Geht aber gleichzeitig hin und versucht so ein bisschen die hemdsärmeligen Typen, die Macher, die Arbeiter, die halt treu ihren Job machen. Und das am besten mit dem bestmöglichen Equipment und der bestmöglichen Logistik, wie sie halt nur in Amerika irgendwie zustande kommen kann. Also sehr viele Autos werden prominent und werbeartig in Szene gesetzt. Ja, also die Dodge-Autos, ja, die Polizei fährt komplett die ganze ... Es gibt eine Spezialeinheit von Polizisten nur auf Autoverfolgungsjagden, ja, mit eigener Kommandozentrale hinten drin und so. Also sehr viele Hightech-Gadgets werden wieder gefeatured. Dann gibt's irgendwann mal eine OP, die per Laptop geführt wird, sodass zwei Ärzte, die auf dem Golfplatz stehen, per Laptop zugeschaltet werden, um der Rettungsassistentin zu sagen oder der Rettungsärzte zu sagen, was sie machen soll. So, also sehr Technik ... Es ist sehr viel ... Also sehr werbelastig einfach so, was Autos und was Technik angeht. Dann werden halt die Arbeiter und die Macher, die Krankenpfleger, die Polizisten, die alle nur ihren Job erledigen, die das Beste wollen für ihr Land, das einem ja so viele Möglichkeiten eröffnet. Die werden natürlich in positives Licht gerückt. Gleichzeitig werden aber so Krankenkassen, das System und die Veteranen, die im Stich gelassen werden und so, dass darauf wird halt noch mal, oder daran wird halt Kritik geübt. Und dazwischen wird halt Vollgas. Bam, Druck, Feuer. Irgendwelche Kommandos ins Mikrofon gebrüllt oder irgendwelche Leute, die sich halt per Telefon anschreien oder sich halt da in irgendwelchen Fahrzeugen anschreien. coole Sprüche, die noch mal hier den Boomer irgendwie mit der neuen Generation irgendwie näher bringen wollen und so weiter und so fort. Also wirklich Michael Bay par excellence minus. Und das find ich tatsächlich angenehm CGI. Also die, die ... Es gibt halt keine Transformers, die da halt noch irgendwie rumwuseln und das noch mal unübersichtlicher machen. Sondern Michael Bay hält sich tatsächlich diesmal sehr lange eigentlich zurück. Ist zwar wild und wirbelt um alles umrum, aber du hast eigentlich schon immer eine ganz gute Übersicht, was ihm teilweise schon, ja, in anderen Filmen schon bereits am Anfang passiert ist, dass du halt schon nicht mehr gerafft hast, wo du bist. Find aber, dass er zumindest immer relativ übersichtlich Action inszeniert. Ja, aber wenn du dir mal, also guck, also ich weiß nicht, aber guck dir mal so einen Transformers 2 an. Nee, der ist schon scheiße geschnitten und gemacht so. Also das ist, das ... Gut, der ist halt diesen so sehr Kinder ihrer Zeit, also wo man so, das wird wahrscheinlich, wird man über Ambivalence wahrscheinlich in zehn Jahren auch so sagen, wenn Drohennutzung sich auf ein bestimmtes Maß eingestuft hat, dass man dann so merkt, okay, er versucht ja schon immer so, ja, topnotch zu sein und immer so das aktuell Relevanteste reinzubringen, was die Filme dann teilweise auch echt schlecht eitern lässt, aber zum Beispiel diese Türensequenz bei Bad Boys 2 ist immer noch ein Meister. Ey, und das ist ja das Ding, das ist ja an sich ganz cool, aber du siehst es halt 135 Minuten. Naja, klar. Ja, aber ... Ja, nee, ich muss sagen, da hat Michael Bay immer noch nicht das richtige Händchen für, auch mal seine Bilder ein bisschen zu entspannen, zu entrandalisieren. So, das ist halt leider bei ihm einfach drin und ich weiß ja, worauf ich mich einlasse, aber ich sitze dann nach 135 Minuten auch da und mir fallen die Augen halt schon zu, weil es halt einfach nur noch ... Man sieht sich zu satt auf die Laufzeit. Man sieht sich einfach zu satt an den immer gleichen Motiven. Ich mag diesen Exzess bei ihm ja immer. Ja, ey, mach's ein bisschen kürzer. Wenn der Film in der Mitte einfach noch mal 20 Minuten rausnimmt, hast du nichts verpasst. Ja gut, wahrscheinlich, also ich mutmaßlich würde mich da halt auch wieder der Bruderkonflikt nerven, der wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern zwei-, dreimal sich entbrennt, wo ich immer so denke, oh, bitte. Ja, das ist halt im Original vor allem der Angelpunkt, ne? Ja, das Original ist natürlich deutlich entschleunigt. Da ein super kleiner Film. Und hier, da ist es halt die Mutter, die gemeinsame Mutter hat Krebs und sie haben kein Geld. Und darum überfallen sie in der Bank, um der Mutter zu helfen. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Dann haben sie eben auch hinten eine Krankenschwester drin, sie klauen den Wagen und da ist halt aber kein Polizist, sondern einfach irgendein Patient drin, der einen Herzinfarkt hatte. Und da geht's halt darum, haben wir schlechtes Gewissen, dass wir ihn jetzt quasi vor seiner Rettung im Krankenhaus bewahren, sollen wir ihn doch ins Krankenhaus fahren, was ist mit ihr? So, darum geht's da eher. Und da ist eigentlich der Konflikt, der Menschliche ist eigentlich der ganze Zeit nur im Vordergrund. Und da gibt's eine Action-Szene, wenn's hochkommt. Und die ist sehr, sehr klein. So, das ist der Hauptaugenmerk des Films. Und wie gesagt, der dauert 1,15. Der ist halt super kurz, weil, das merkst du halt, die wussten, wir sind halt ganz in diesem Auto, da passiert halt nicht viel. Und klar muss Bay das ja irgendwie auf 180 drehen dann. Ja, und ich mein, ich find das sogar für ihn echt angenehm, diese ganze Kritik, die da im amerikanischen Traum irgendwie mal geführt wird. Weil es ist ja eigentlich, wenn man sich das mal durchdenkt, ist das ja wirklich, ähm, bemitleidenswert. Weil hier sind Menschen, die wollen einfach nur ihren Stück vom Traum abhaben, der ihnen ja halt laut Indoktrinierung versprochen worden ist. So, ja, sie wollen ja auch nur irgendwie an dem Tisch sitzen, so, äh, der für alle da sein soll, wie's ja immer so schön heißt, ne? Und, und dann werden da halt, sag ich mal, Menschen geopfert für, naja, Missstände, für die sie eigentlich gar nichts können. Also, ne, also die, die, die entschließen sich ja jetzt zu dieser Aktion, auch wenn man jetzt vielleicht die Motivation von, ja, ja, äh, Abdul-Martin da irgendwie nicht ganz so nachvollziehen kann, beziehungsweise sich fragt, warum der wirklich sich so schnell innerhalb von fünf Minuten bereit erklärt, bei einem bewaffneten Raubüberfall mitzumachen. Aber das ist ja egal, es sind, die sind halt dazu gezwungen und auch bei den Polizisten, die Polizisten, die werden halt immer irgendwie inszeniert oder dargestellt als die Jungs, die die Bruderschaft. Ja, das ist alles ein Bruder und man ist hier da, das ist eine Einheit und die sind verschworen und jeder hält füreinander. Aber müssen halt auch den Job machen, ja, der halt irgendwie ihnen vorgegeben wird und der halt nicht immer irgendwie vielleicht im Namen der Gerechtigkeit ist oder eben, ja, auf, auf, weiß ich nicht, fair ist, ja, und, und so. Und das, das, das geht Michael Bay hier schon deutlicher an als in bisherigen Filmen. Also, ich glaub, du siehst einmal eine Amerika-Flagge, das war's. Mhm. So. Und da wird auch nicht irgendwie die, also, da werden nicht die typischen anderen Dinge hochgefeiert, die er früher hochgefeiert hat, sondern das wird halt schon mal ein bisschen kritischer betrachtet. Mhm. Und natürlich trotzdem ist es halt dieses Michael Bay-Spektakel. Es ist Bayhem pur. Aber übersichtlicher meiner Ansicht nach als sehr vieles, was er bislang gemacht hat und eben frei von auch einer Sexualisierung der Hauptfigur, die er sonst immer gemacht hat. Also, keine Frage, Isaac González ist Megan Fox 2, aber die wird halt eben nicht wie Megan Fox in Transformers inszeniert, sondern die ist halt relativ, die bleibt relativ verschont von diesem Bubblegum-Sexismus, den er da immer irgendwie früher in Szene gesetzt hat. Und trotzdem ... Gibt's auch noch irgendwie Romans drin? Irgendwie ein bisschen anders? Nö, gar nicht. Nö, gar nicht. Okay, weil das ist nämlich auch im Original, nämlich ein Punkt. Ja, ja. Einer von den Brüdern verknallt sich dann in die Ärztin, in die Krankenschwester halt. Ja, und Jake Gyllenhaal ist wieder in seiner überdrehten, sag ich mal, Leistung oder in seiner überdrehten Phase. Demolition. Ja, also, er dreht halt wieder mal auf, so wie bei Uja zum Beispiel, hat er ja auch so einen überdrehten Charakter gespielt. Und bei Southpaw, also er steckt halt hier auch wieder voller Adrenalin so. Also, fand ich in Ordnung, geht aber wie bei vieles im Film, geht einem auch irgendwann mal so ein bisschen ... Also, es ist halt eigentlich wie bei allem im Film, es ist irgendwann eine Spur zu viel. Ja, ja, okay. Ja, und wäre der Film 15 Minuten kürzer, wäre das alles ein bisschen, noch ein bisschen runtergefahren, ja, alles cool, dann hätte ich gesagt, das wäre einer der besten Michael Bay-Filme, die er überhaupt jemals gemacht hat. Auch krass, okay. Aber so muss ich sagen, ja, er müdet es meiner Ansicht nach ein wenig. Und er findet halt am Ende dann doch noch mal einen Weg, um so einen richtig krassen Showdown in Szene zu setzen, der aber dann doch auch wieder ein bisschen bedenklich ist. Wo man sich halt auch fragt, ist das wirklich ... Muss das so sein? Und ist das dein Weltbild? Oder beziehungsweise, hast du was gegen bestimmte Gruppen von ... Ja, aber hast du was gegen bestimmte Menschen so ... Also, es ist wirklich ... Es ist eine vollkommen unnötige Ballerei da drin, die halt einfach noch mal alles hochfahren soll, was ohnehin schon hochgefahren war. Aber trotz allem muss ich sagen, ich konnte den gut gucken. Also, ich fand den ... Es war ein schönes Paradebeispiel für Bay, ohne halt so viele andere Elemente, die vorher mich dann eher gestört haben. Ja. Ich bin ja eh Verfechter der Theorie. In Actionfilmen kann es keine unnötigen Ballereien geben. Von daher ... Ja, aber die Ballerei ... Also, wirklich, ich glaub auch, dass du sagst, die ist zwar geil gemacht und ist cool, dass sie da ist so, aber eigentlich ist sie unnötig. Vermute ja. Also, ich mein, aus kompletter Handlungssicht, also auch dieses ... Der ganze Film impliziert ja, dass sie gar keine andere Chance haben, als eine Bank zu überfallen. Das ist ja schon mal grundfalsch. Weil ein Banküberfall war noch nie ein gutes Verbrechen. Es bietet sich für einen Film halt bloß an, aber 2022 Geld klauen. Ja, aber es gibt ... Vor allem halt, der eine will es ja anscheinend bei Ehe machen, und der andere hat sich dann nur, ich mach mit, ich brauch eh Geld für meine Frau. Ja, ja, aber so, also ich hab ihn ja auch noch nicht gesehen. Aber es gibt eine Begründung darum, also dafür. Okay, okay, weil da hab ich nämlich auch so gedacht, okay, es gibt doch wesentlich cleverer ... Also, ein Überfall oder in irgendein Haus einbrechen ist aus meiner Sicht ... Ja, lieber ein Kryptowallet hacken. Ja, also, Kryptowallet hacken oder bei irgendeinem Millionär einbrechen oder so, um auch mal gleich auf Windfall überzuleiten, ist, glaub ich, einträglicher, als eine Bank zu überfallen. Weil wie willst du da wegkommen? Also, das ist ja halt ... Bei den Sicherungsmaßnahmen. Ja, ja. Aber bevor wir auf Windfall eingehen, müssen wir noch auf einen anderen Film eingehen. Aber ja, Ambulance, wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass das nicht mehr alles an Bayhem ist, was man bisher so kennt, sondern eine Spur runtergefahren ist. Ich war überrascht, was der trotzdem halt da rausholt. Also, das ist halt wirklich ... Das find ich auch gespannt, weil diese Explosionen, die da zu sehen sind ... Weil am Anfang hab ich halt so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass der viel zu grounded wird. Also, das ist eher so wie Speed aus heutiger Sicht ja auch jetzt. Also, immer noch ein supergeiler Actionfilm, aber der setzt ja keine Explosionsmaßstäbe oder so. Der ist ja schon relativ realistisch für das, was er da macht, bis auf die Sprungsequenz. Und dann dachte ich auch so, oh, nein, die fahren so 90 Minuten rum, die Spannung soll daraus resultieren, werden sie jetzt erwischt oder nicht? Oder stirbt die Person oder so? Nee, dafür hat Michael Bay noch genug. Ja, ja, und da war ich dann auch froh, dass es eigentlich im Prinzip ... Also, dass Bay halt im besten und im schlimmsten Sinne unbelehrbar ist. Ja, genau. Aber das ist es. Er ist im besten und im schlechtesten Sinne unbelehrbar. Er macht noch immer diese typischen Sachen. Ich find auch, am Ende verliert er auch trotzdem den Überblick, wo ich am Anfang noch dachte, oh, cool, das ist ja endlich mal alles noch mal eine ganze Spur übersichtlicher. Aber gegen Ende passieren dann auch wieder so komische Sachen, wo du halt irgendwo links oben im Bild was wahrnehmen sollst, was irgendwie drei Szenen weiter dann vielleicht eine Wichtigkeit hat. Und natürlich ist auch wieder dieses entgegengesetzt, entgegengesetzte Bewegungen, ja, die sind halt auch noch und nöcher im Start. Also, das Auto fährt nach links, die Kamera bewegt sich nach rechts und so weiter und so fort. Es ist alles drin. Es ist alles drin. Product Placement, was du haben willst. Ja, aber halt im Kino immer super. Eben, wer auf Bay steht, will ja das dann. Genau. Eben, deswegen war ja auch Six Underground. Also, sowas da mal ... Ich hab noch nie einen Bay-Film zu Hause gesehen. Immer im Kino oder halt gar nicht. Und sowas wie Six Underground guckst du zum ersten Mal zu Hause und denkst so, krass. Aber irgendwie, also, es hat immer noch funktioniert, aber es hat halt nicht mehr so gekickt, dass man da so saß und so dachte, krass, also es drückt einen nicht in den Kinosessel, weil zu Hause ist halt kein Kinosessel am Start. Aber da, ich hab Bock. Gut, so. Dann kommen wir zu einem Spezialstart, zu einem Sonderstart. Denn jetzt am 29.03. startet Jujutsu Kaisen 0 oder 0. Ich weiß nicht, wie man's ... 0? Sagt man 0? Ich mach. Ja. Das ist eine ... oder ein Prequel-Film zu eben Jujutsu Kaisen 1? Ja, nee, also Jujutsu Kaisen. Ja, Jujutsu Kaisen. Und es tut mir leid, ich muss diese Namen halt auf die Reihe kriegen. Das ist nicht ganz so leicht. Es geht hier um einen jungen Mann namens Jotu. Der stellt fest, dass er nicht ganz allein ist in seinem Körper, beziehungsweise er ist von einem Fluch überschattet. Und als er zu Beginn des Films von drei Bullys irgendwie angemacht wird, endet diese ganze Situation damit, dass die zermatscht im Schrank liegen irgendwann. Also er hat sich halt alle drei in den Schrank gestopft und zu einem blutigen Haufen Menschenfleisch verarbeitet. Um da auch mal, weil es sieht ganz oft so aus, als ob's richtig krass und richtig viele Tote gab. Aber auch das wird ja wieder relativiert, dass sie schwer verletzt waren. Ja. Also sah zumindest nicht nach. Nee, sah überhaupt nicht. Also am Anfang dachte ich so, okay, es geht ganz schön drastisch hier los. Und dann wird's dann auf einmal wieder so relativiert, wo ich so denke, okay, dann hat er sich halt noch schwer verletzt. Dann ist es ja wieder der Good Guy von nebenan, den wir jetzt alle super gern haben wollen. Genau. Und weil er da halt in dieser Schule nicht irgendwie, in seiner bisherigen Schule wirklich nicht mehr sehr gewollt wird oder beziehungsweise einfach nicht mehr tragbar ist für die Schule, nimmt einen Mann namens Satoru Goju, und jetzt werden die Fans der Serie aufmerksam, nimmt sich das Jungen an und bringt ihn halt in seine eigene Schule, um ihm dort, ja, zu einem Jujuzist, wie man es auf Deutsch sagt, auszubilden. Zusammen mit noch anderen Kämpfern, Fluchbesiegern, Dämonenkriegern. Ja, unter anderem Maki, dann der Junge, der nur mit Sushi-Zutaten redet. Reisbällchen-Zutaten. Reisbällchen? Ich dachte, war Sushi. Nee, Reisbällchen-Zutaten heißt zumindest. Das ist in der deutschen Synchron. Okay. Und ein Panda-Bär. Ein Panda ist, aber er sieht aus dem Panda, ja. Okay. Also jetzt kein echter Panda, das ist natürlich auch eine Art Besessenheit, Fluch. Okay. Aber äußerlich ähne der halben Panda. Er sieht aus dem Panda. Genau. Und ja, Yuta nimmt dort halt seine Ausbildung dann halt an, und das ist auch alles ganz in Ordnung, bis dann plötzlich ein böser Gegenspieler auf den Plan tritt, namens Suguro Geto, der, ja, Yotus Kraft entfesseln möchte, um sie halt selbst einzuverleiben und dabei nebenbei noch das ganze Land ins Chaos stürzen. Und ich glaub, das ist so die Handlung. Ich mag eine Handlung, also in der offiziellen Synopsis steht ja irgendwie drin, dass er tausend Flüche loslässt, und im Film sind's dann irgendwie 4.683 oder so. Also dass man die Inhaltsangabe liest und so denkt, okay, tausende, wieder übertrieben, und dann im Film sind's halt noch mehr. Also das bringt ja generell diese Richtung irgendwie mal ganz gut auf den Punkt, diese komplette Exzessgetriebenheit. Ja. Auch das ist wieder ein Film, bei dem ich keinerlei Vorkenntnis zur Serie hatte. Da hab ich mich einfach blind reingestürzt, mich schon in Demon Slayer Mugen Train. Und dadurch, dass ich schon vorher wusste, dass es ein Prequel ist, also vor der eigentlichen Serie spielt, war ich zuversichtlich, weil da wird mir ja wahrscheinlich eh sowieso ziemlich viel erklärt, was ich eigentlich in der Serie erklärt bekommen würde. Dementsprechend fand ich hier die Einstiegshürde deutlich geringer als bei Mugen Train, der ja irgendwie zwischen zwei Staffeln spielt. Und man da so gesehen ins noch kältere Wasser geschmissen wird. Aber hier als Prequel, wie gesagt, ich kann es ja mal vorwegnehmen, ich hab jetzt keine entscheidende Information bekommen, wo ich gedacht hab, oh, jetzt müsste ich vielleicht was vorher wissen oder so was. Ich fand es so relativ fast paced, beziehungsweise fand ich den Einstieg dadurch angenehm understated, dass er da auf einmal so auf diesem Stuhl sitzt. Der Lehrer hat mir halt so gesagt, hier mit dem Mobbing, du kommst jetzt mit mir auf die Schule, du hast ja die Typen da in den Schrank gesteckt. Also es geht halt schnell rein, ohne dass du so eine Anlaufphase hast. Also das mochte ich, weil das das Pacing die ganze Zeit hochgehalten hat. Er lässt jetzt nicht mit dir hin, so jetzt pass mal auf. Ja, genau. Hier ist so, das ist der, der hat die eigene, nee, das wird schon sehr... Jetzt wirst du erst mal 30 Minuten von den Mobbern irgendwie weich gekocht, bis du da mal zurückschlägst, ich meine, also er ist jetzt kein Glossar. Der erklärt jetzt nicht erst mal die ganze Welt ab, peu a peu und das mit E-Board, sondern er macht das relativ organisch mit der Story, aber wie du sagst, relativ schnell. Also ich fand die Abhandlung, bis er schon anfängt, wirklich auch direkt rasant zu werden. Deswegen weiß ich auch gar nicht so als Außenstehender, ohne mich vorher zu informieren, ob der Film jetzt für Leute wie uns ist, die halt reinsteigen wollen oder so denken, hey, wenn uns das gefällt, gucken wir auch die Serie oder ob man erst die erste Staffel gesehen haben soll und dann das Prequel gucken. Naja, die sind ja zeitlich schon etwas weiter auseinander, wenn ich es richtig gelesen habe und ich glaube, man will einfach, der Comic oder der Manga ist ja schon im Jahr 2017, glaube ich, entstanden. Der ist schon ein bisschen älter und ich glaube, das ist halt genauso wie jetzt so ein Prequel- oder Sequel-Film zu Breaking Bad oder so. Ich glaube, das ist halt einfach nochmal sowohl ein Dankeschön an die Fans oder irgendwie ein Zugeständnis an die Fans, aber halt auch, ja, weiß ich nicht, für Neueinsteiger vielleicht ein Anreiz, sich mit der Serie dann mal auseinanderzusetzen. Und das ist ja, bei Demon Slayer, muss ich sagen, hat's bei mir zum Beispiel gut funktioniert. Da war ich wirklich drauf, bin ich wirklich erpicht, mir die Serie anzuschauen. Bei Yuyutsu Kaisen bin ich noch nicht so ganz sicher, denn, ja, wie André vorhin schon so schön festgestellt hat, ist es ein typischer Shonen-Anime. Im Vorgespräch, muss ich dazu sagen. Ja, nicht on cam. Nicht on cam. Es ist halt ein klassischer Shonen-Anime und ich muss halt schon sagen, als jemand, der jetzt da neu reingekommen ist, man sieht da einen jungen Mann, der ist ein bisschen verzweifelt, er hat eine düstere Kraft oder irgendwas in ihm schlummert, mit dem er zurechtkommen muss, er ist an der Schwelle oder er ist halt mitten in der Pubertät, er kommt jetzt wieder auf eine Schule, nachdem er von einer anderen Schule gemobbt wurde oder auf seiner alten Schule gemobbt wurde. Das sind halt schon, und dann wird er halt trainiert zum Superkämpfer, der seine Kräfte irgendwie kanalisieren muss und damit gleichzeitig ins innere Gleichgewicht gerät. Das sind halt irgendwie, weiß ich nicht, das hab ich jetzt halt auch, und ich bin nicht der allergrößte Anime-Schauer, ich nehm mich hier direkt raus. Also ich guck ja auch nur vereinzelt und sporadisch, aber selbst ich muss sagen, das sind schon für mich typische Begleiterscheinungen. Ja, und wie gesagt, die Shonen haben ja oft diese, ich will nicht sagen alle, sondern aber diese typischen Motive, die du so beschrieben hast, die hast du halt sehr häufig. Der eine, niemand, der irgendwie zum Held werden muss oder der irgendwie was lernen muss, sich aneignen muss, dann kommt natürlich dieses, oh mein Gott, er lernt das viel schneller als alle anderen, er ist so special, das hast du halt noch und nöcher. Und ich möchte doch nur gewollt und gebraucht werden in dieser Welt. Ja, genau, also das kennt man halt alles, fand ich auch so, hat mich jetzt aber auch gleichzeitig nicht so super gestört. Nee, mich auch nicht. Mir ist aber direkt aufgefallen, dass es relativ konventionell ist, aber es ist natürlich auch wieder, Yuzo Kaisen punktet halt ja auch durch andere Dinge. Also es ist ja vor allem hier dieses ganze Dämon, dieses Fluch-Dämonen-Design einfach, die Kämpfe, die super fast-paced sind, geil inszeniert. Sowieso halt das ganze Ding. Also Yuzo Kaisen wird ja grad auch so das neue Attack on Titan so lang. Also Attack on Titan ist ja eh grad so in der letzten Phase jetzt. Das ist ja mit das Erfolgreichste, was letztendlich im Anime-Bereich läuft. Auch deswegen kommt da ein Film. 2020 gab's ja auch schon mal einen Film. Natürlich soll das ja auch gemolken werden. Das ist ein riesen Franchise so, ein riesen Fanbase. Und natürlich klappt so ein Zero, weil ich kenn die Serie halt auch nicht. Ich hab mal zwei Folgen reingeguckt, weil meine Frau das total feiert, hab ich mal mitgeguckt. Fand ich auch okay. Bin aber einfach, ich guck ja so wenig Serien, weil da hab ich ja wenig Zeit für. Deswegen bin ich nicht dran geblieben, aber ich fand's eigentlich ganz cool. Und jetzt mit dem Film so, das ist halt genau so ein Ding. Wer das nicht kennt und damit einsteigt, kann das problemlos machen. Wenn du dann Bock drauf hast, dann guck halt die Serie so. Aber so, dafür funktioniert der halt super. Und halt auch wieder optisch so. Das ist halt von Studio Mapper, die machen ja auch zum Beispiel Attack on Titan und viel. Also das ist ja mit eines der, wenn ich grad das Studio überhaupt, das gefragteste. Die machen ja quasi alle großen Franchise. Die machen auch noch hier bald Chainsaw Man, kommt halt noch als Anime, ist auch so ein super erfolgreiches Ding. Die machen ja grad so alles, was Rang und Namen hat. Und die haben's halt auch drauf. Die Animationen sind halt Bombe so. Das ist richtig geil. Ja, aber ich muss sagen, und das war für mich auch so ein Grund, der mich halt nicht zur völligen Begeisterung hat hinreißen lassen. Ich mag diesen ... Ich hatte schon Probleme ... Also es ist paradox, wie fang ich das am besten an? Wir hatten ja auch über Mugen Train gesprochen. Und dass da immer diese abstrakten Situationen und Comic-Einschübe und so drin sind. Das find ich bei Jujutsu und Kaisen find ich das besser, weil der ganze Ton ist deutlich ernster und nimmt sich ... Also diese Slapstick-Momente, die sind relativ rar gesät. Mal abgesehen jetzt von dem Dialog zu großen Brüsten, der wohl halt ein Running Gag der Serie ist. Und das fand ich halt insofern angenehmer. Wenn ich jetzt die Kämpfer miteinander vergleiche, oder die Inszenierung der Kämpfe, da muss ich sagen, hat mich Demon Slayer mehr angesprochen. Ich mag das mit diesen kräftigen Farben und diesen kräftig hervorgehobenen Kräften, die noch mal irgendwie auf allem drauf sind. Und hier bei Jujutsu hast du öfter mal auch so diese, ja, doch eher stilisierten, abstrakten Zeichnungen gehabt, die so ein bisschen kantig und eckig waren oder nicht ganz so filigran und fein gezeichnet. Und das ist halt einfach meiner Ansicht nach auch echt eine Stilfrage. Und da bin ich nicht so der Typ für. Deswegen hat mich die ... Ich fand, die Action war schon gut inszeniert hier und da. Also gerade der Endkampf, der war wirklich ... Da hab ich auch gedacht, geil, geht ab. So, da war ich dann auch echt mit dabei. Aber schon vormals, hier und da, ist das halt einfach nicht meine Visualität, die ich gerne sehe so. Ja, aber wieder, das ist ja Geschmackssache. Genau, das ist Geschmackssache. Aber ich würd jetzt auch nicht behaupten, dass das wirklich deutlich schlechter war als Moogentrain zum Beispiel. Aber wenn du mich jetzt so fragst, find ich aber auch die Inszenierung bei Attack on Titan, was Kämpfe angeht, ein bisschen geiler. Was meiner Ansicht nach vielleicht aber auch deswegen geschuldet oder der Tatsache geschuldet ist, dass bei einer Serie hast du halt eben die Zeit für diese Kämpfe. Und um diese vielleicht ein bisschen größer zu machen, ein bisschen filigraner zu machen, ein bisschen feiner auszuarbeiten. Also, was man hier schon immer merkt, was auch das Einzige ist, was mich wirklich gestört hat, dass quasi nichts auf dem Spiel steht oder nicht so viel. Weil einmal siehst du ja auch eine der Hauptfiguren in so einer Blutlache liegen. Und dann denkt man halt so, krass, hätte ich nicht gesagt, dass sie jetzt irgendwie eine der Hauptfiguren sterben lassen. Und dann ist halt auch nur so eine Verletzung. Aber wenn, also, und klar, da mag man mich jetzt auch naiv nennen oder halt wie auch immer. Ich hab ja auch die Serie nicht gesehen. Aber da dachte ich halt so, okay, krass, da ist jetzt jemand gestorben. Und dann, nee, nee, ist nicht so schlimm. Oder auch, man sieht Leute, die in den Schrank gestopft sind. Ja, die sind schwer verletzt. Und der eine hat, das sah ja aus, als ob die keine Haut mehr im Gesicht hatte oder so. Also, es sah ja echt richtig krass aus. Und dann wird immer so erst dick aufgefahren und dann wird so ein bisschen zurückgerudert. So dass wir denken, ja, puh, eigentlich geht's hier noch nicht um so viel. Und das ist völlig fein, weil alles noch so etabliert werden soll. Aber es macht mir ein bisschen schwieriger, dann so emotional investiert zu sein. Das ist dann vielleicht auch der Fluch von so einem Prequel-Film. Weil wir ja wissen, es kommt eine Serie hinterher. Und vielleicht können dann auch nicht so viele Konsequenzen passieren. Ja, und dadurch, dass es halt auch natürlich wieder Fanservice liefern soll, sind ja natürlich alle Figuren, die aus der Serie bekannt sind, da jetzt auch schon dabei. Und deswegen kann natürlich keiner von denen sterben. Ich wusste nicht, wer in der Serie dabei ist, weil ich sie nicht kenne. Und dachte deswegen, okay, um mal hier klarzumachen, es geht wirklich um irgendwas, gibt's jetzt halt mal einen Verlust innerhalb der eigenen Reihe, damit man merkt, okay, hier steht wirklich was auf dem Spiel. Aber es gibt sogar eine Figur irgendwie, hatte ich gehört, die dürfte eigentlich gar nicht drin sein von der Timeline, ist aber drin, auch wieder aus Fanshause oder sowas. Ja, und dann steht was. Aber das kann ich ja nicht beurteilen. Nee, ich auch nicht. Deswegen, ich konnte den Film so aufnehmen, wie gesagt, ohne große Berührung. Und wie gesagt, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich fand ihn geil gemacht. Der ist halt Fast-Base, ne? Mein Highlight sind halt wirklich immer diese Dämonen-Designs, die fand ich in den ein, zwei Serien vorhin, ich guckte das schon geil. Da sind sie halt sehr kreativ, weil sie sich da auch wirklich immer wieder was Neues ausdenken müssen. Die sind ja auch schon weit im Manga und so, also das geht ja schon sehr, sehr lang. Also die Designs sind mega. Und die erinnern in ihrem grotesken Aussehen auch deutlich an die Titans aus Attack on Titan, find ich. Also da, find ich, merkt man so ein bisschen die stilistische Mäuler. Also auch so Mäuler, die so aussehen, als ob sie wirklich wehtun, wenn sie zugehen. Also die Mangas stammen ja von unterschiedlichen, ne? Ja, ja, aber ich find so von den Designs, find ich, merkt man schon, dass da gewisse, also ich find, die haben dieses ... Also wie gesagt, die aktuellen Staffeln von Attack on Titan sind ja vom gleichen Studio, ne? Genau. Die Animationsstudio. Aber natürlich, die Mangaka sind unterschiedlicher. Also die Mangas basieren, ne? Also rein von der Stilistik, die stammen ja übernommen, die meisten, denk ich mal. Ähm, weil es ist ja ganz wichtig immer, dass die Manga-Leser, für die ist ja super wichtig, dass die Anime jetzt immer sehr nah dran sind, ne? Die vergleichen dann nachher immer ein Panel so, wie sieht das Manga aus, wie sieht das an dem Anime aus? Ähm, ich denk mal, dass die Designs ja alle aus dem Manga stammen, der Monster, aber ich find die auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber ich fand auch, ähm, was die Darstellung angeht, also Oberflächen, also die Farben, die sie gewählt haben, wie die halt aussehen, so Konturen und all so ein Kram, ich find, da waren schon ... Es war in seiner, in diesen wirklich befremdlichen Zügen, die diese Dämonen oder Viecher haben, find ich, haben die mich stark an Attack of Time erinnert, so. Ja, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass es ist abgeklaut oder identisch oder sonst irgendwas, so. Ich hab nur den Ende doch mal hier und da echt Probleme gehabt, zu verstehen, wo wir uns jetzt gerade befinden. Weil gerade in diesem letzten Kampf springt man ja zwischen drei, vier Schauplätzen hin und her. Und ich weiß nicht, wie's bei euch war, ich hab, glaub ich, vergessen, noch mal irgendwie drauf zu gucken, ob man da irgendwelche Untertitel einstellen konnte oder so. Bei dem Screener, den wir hatten, die ganzen Titel-Einblendungen, die waren halt nicht alle untertitelt, also die waren bei mir nicht untertitelt. Weil ich hab ihn ja im Kino gesehen, waren bei euch auch teilweise so im, in den, also im Film Sachen auf Deutsch übersetzt? Weil das fand ich bemerkenswert. Also ähnlich wie bei The Batman ja auch, wo Sachen in der deutschen Syncronik auch komplett im Film übersetzt waren, waren da auch so, ja hier Bistro oder Kaufhaus oder so, in den Zeichnungen direkt auf Deutsch? Nein, ich glaub, das war original. Ich glaub, das ist einfach nur drüber gedubbt. Und das war schon echt beeindruckend, weil es ja auch, also vielleicht gibt's da auch jetzt standardisiertere Prozesse oder so, dass du das quasi dann einfach so ersetzen kannst. Weil da war ich, wo ich so, also wo ich schon dachte, krass, jetzt bin ich kurz rausgerissen, weil ich jetzt halt wieder seh, ich guck irgendwas, aber dass das da auf Deutsch ist, ja. Ja, nee, ich mein, das war japanisch. Und ich glaub, also ich vermute, wir hatten eine japanische Bildversion, da haben sie einfach drüber gedubbt, die deutschen. Und deutsche Synchro ist halt wieder super, also das ist ja oft bei ... Wie gesagt, das ist ja immer, da streiten sich die Fans natürlich mega, die meisten Anime-Fans sagen nur Oto und so. Ich fand die aber auch in Ordnung, ja. Deutsch ist halt immer more grounded, also die japanischen, dieses Rumgeschrei und so. Also ich find das auch atmosphärisch, teilweise ist dann aber auch ein bisschen zu sehr over the edge, aber auf Deutsch, also ich find, sie machen da immer ... Also wenn ich irgendwie Anime-Serien oder Filme gucke, zu Hause guck ich auch möglichst auf japanisch, weil's einfach immer wie den eigenen Vibe halt irgendwie hat. Ja, also würd ich im Zweifelsfall auch mal machen, aber ... Genau, aber stand jetzt so zur Verfügung und die deutsche Synchro war mir voll in Ordnung, ja. Ja, aber ist halt jetzt, das ist also ein respektabler Job, wo ich immer so denk, okay, besser geht's vermutlich halt nicht. Ja. Also nicht so, auch, wo sich bei Formulierungen, also nicht so wie beim aktuellen Batman Lügt still, wo du so denkst, okay, übersetzt halt einfach eins zu eins, ob's Sinn ergibt oder nicht, scheißegal. Ja, aber auch hier, wie gesagt, glaube ich, ist das für Fans ein schönes Wiedersehen und eben für noch nicht Fans ein guter Einstieg. Kannst ein Einstieg sein, ja. Kann man gut machen. Ich muss sagen, nach wie vor, dass mich Demon Slayer ein bisschen mehr abgeholt hat, auch wenn ich den ernsteren Ton bei Jujutsu Kaisen deutlich mehr begrüße. Ja. Aber ja, wie gesagt, manchmal reicht sowas ja auch. Weil so, wenn man jetzt Bock hat auf die Serie, ist ja geil, dass es sie gibt. Und wenn man so denkt, okay, diese zwei Stunden ungefähr haben mir gereicht. Ich würd mir zum Beispiel auch keine Common-Common-Serie angucken. Also, ich würd's auch nicht zehn Stunden lang sehen, wie ein Radiomoderator-Kinder-Interview. Da reicht mir halt ein Film, zwei Stunden, das passt. Ja. Wenn ich aber denk, boah, das ist cool, ich will mehr in diese Gedankenwelt abtauchen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es sowas halt einfach gibt. Ja. Und ich mir das angucken kann. Und dann ist ja so ein geiles Angebot an mich, weil sonst hätt ich halt nie was davon gesehen. Und das weiß ich schon sehr zu schätzen. Ja. Das weiß ich auch an The Eyes of Tammy Faye zu schätzen. Denn ich hab davon noch nichts mitbekommen. Ja. Und damit wären wir bei Stream It. Stream It. You gotta stream it. Ja. So. Ein paar Streaming-Tipps haben wir. Unter anderem startet jetzt bei Disney Plus ein Oscar-Kandidat, The Eyes of Tammy Faye. Da geht es um, ja, die beiden Fernsehprediger, Tammy Faye und Jim Baker. Die haben von den, ich glaub, späten 60er an oder Mitte der 70er, haben die eine Art Bibel-TV-Imperium gestartet. Also, ähm, Praise the Lord, PTL, so hieß der, hieß die Firma, die sie gegründet haben. Sie haben erst eine kleine Fernsehstation gemacht, haben dann irgendwann einen Satelliten ins All geschossen und haben dann halt 24 Stunden halt Network, ein richtiges Network aufgebaut. Sie hat Musik rausgebracht, also Songs noch und nöcher. Die haben über Spendenaktionen Milliarden gesammelt und haben dann irgendwann mal ein eigenes Disneyland für PTL-Mitglieder, äh, ins Leben gerufen und haben das gebaut, so. Und ja, dass das nicht alles gut gehen kann, kann man vielleicht schon absehen. Ich, wie gesagt, kannte von dieser Geschichte bisher bislang nichts. Ich hab noch nie was von denen mitbekommen. Ich hab jetzt mich aber im Nachhinein noch mal ein bisschen informiert. Die waren halt wohl schon eine Riesennummer und haben halt auch wirklich richtig viel Geld verdient. Haben da auf ihrem, auf ihrem Anwesen diverse Häuser für behinderte Kinder, für alleinstehende Frauen, für ihre eigenen Familien und so weiter errichten lassen. Haben irgendwie in der gesamten Welt irgendwelche Bauprojekte mit SOS-Kinderdörfern und sowas gemacht und haben halt Spenden, 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 Spenden und noch mehr Spenden eingesammelt, die sie dann auch irgendwann, ja, veruntreut haben, in die eigene Tasche gesteckt haben und sich damit auch einen sehr luxuriösen Lebensstil finanziert haben, so. Und das alles schildert dieser Film aber ein bisschen mit mehr Fokus auf eben Tammy Faye, auf die Ehefrau, gespielt von Jessica Chastain, die als junge, bibeltreue Christin diesen Gym eines Tages kennenlernt bei irgendeinem Priesterseminar und sie daraufhin beschließen, ey, wir gehören sowohl zusammen als auch wir bringen das Wort Gottes unter das Volk. Und wo sie halt am Anfang einfach nur durch die Gegend fahren, gelangen sind und durch Zufall ans Fernsehen und bauen dann halt ihre Karriere immer weiter aus. Und dieses, diese Tele-Evangelisten, ja, das ist in Amerika einfach ein Riesending und deutlich größer als bei uns, glaube ich, es jemals war. Und ja, dementsprechend war das für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln und dementsprechend fand ich das schon sehr interessant, was dieser Film erzählt hat. Ich hab mich trotzdem im Moment gefragt, was hat er mir eigentlich jetzt gerade hier versucht zu verkaufen? Ist es eine Satire oder ist es ein Biopic? Und diese Balance kriegt der Film meiner Ansicht nach nicht so richtig hin, obwohl er halt wirklich schöne satirische Spitzen da drin findet. Gerade was die Heuchlerei der Kirche angeht. Die sagt, naja, die Demokraten sind nicht mehr so ganz auf unserer Seite, die wollen unsere Steuervorteile beschreiten, also gehen wir nächstes Jahr mit den Republikanern mit. Also, alle unsere Stimmen gehen an die Republikaner. Und ja, was Homophobie angeht und Aids, also das Verunglimpfen von Aids angeht und so weiter, das wird alles mal in so kleinen satirischen Momenten irgendwie auch untergebracht. Aber ja, dann ist es halt auch wieder sehr viel Geschichtsnacherzählung und sehr viele Stationen, die dann abgehakt werden und Dramen, die noch mit eingebracht werden und halt was hinter den Kulissen abgeht. Und irgendwie hat sich das nicht so in so einem stimmigen Ganzen ergeben. Dass er halt auch Verständnis für so Figuren wecken möchte, das finde ich halt immer ganz grauenhaft bei so Filmen. Naja, ich verstehe es schon, kann man ja machen, aber dann müsstest du mir zum Beispiel auch ein bisschen mehr zu dem Jim erklären. Aber dann musst du halt auch sagen, dass Jim Baker jetzt immer noch Silberoxid verkauft als Covid-Heilmittel und sowas halt immer jetzt noch einfach ... Er wird halt natürlich, aber man kann auch Verständnis dafür haben. Und so, und diese Tele-Evangelisten, also sie ziehen ja einfach naiven, vorwiegend älteren Leuten das Geld aus der Tasche. Und gleichzeitig werden sie aber wie so, ja fast wie so Halbgötter, die dann irgendwann mal einen Fehler machen, dargestellt. Und deswegen fand ich diesen Spagat aus Satire und Biopack halt auch echt schwierig. Weil wenn das sowas wie I, Tonja wäre, würde ich sagen, geil, okay, das funktioniert, aber es ist ja wirklich ein bisschen so ironische Spitzen, wo man aber auch so denkt, ja okay, das nimmt auch die Angriffsfläche ein bisschen, weil die machen sich auch über sich selbst lustig. Wie sollst du das dann auch angreifen? Gleichzeitig werden aber auch einfach stoisch eine Station nach der anderen abgehakt. Genau, das ist halt so dieses ... Es ist halt so ein typisches, biederes Biopic-Denken da drin, so. Da hat sie mal im Fernsehen geheult, das müssen wir kurz zeigen, warum das so war. Dann zeigen, dann stellen wir die Szene nach, weiter geht's zum nächsten Punkt. So geht dieser Film halt wirklich schrittweise voran. Und am Anfang werden Sachen thematisiert und du denkst dir halt, ja okay, ich wette am Ende, gibt's irgendwie eine Szene, die das Thema nochmal aufgreift. Und so ist es dann halt auch. Also was das Biopic angeht, ist das schon sehr durchschnittlich, würde ich sagen. Was die Aufmachung so angeht, wie's inszeniert ist, da muss ich sagen, Respekt. Das sieht alles cool aus. Ja, das ist ja auch so, Biopics sind ja halt immer auch so Ausstattungskino, gerade wenn sie halt in einer bestimmten Epoche sich oder halt in einem bestimmten Zeitgeist noch mit vermitteln wollen. Ja, und was den größten, sag ich mal, Anschauungswert oder den, ja, der größte Aktivposten ist meiner Ansicht nach halt dann Jessica Chastain. Das, also ja, aber ich finde, um mal da sowas generelles, es muss mal aufhören, dass Leute für Preise nominiert werden, weil sie sich bis zur Unkenntlichkeit zugleistern. Also es ist, ab wann ist es noch Schauspieler, ab wann ist es ein Special Effect? Also das ist ja. Ja, aber ich finde, die haben das schon gut gemacht. Ja, aber das gelohnt wird, man erkennt sie nicht mehr wieder. Auch so dieses, bei The Batman, Colin Farrell, erkennt man nicht wieder super Schauspieler. Das ist doch keine schauspielerische Leistung, wenn man dich nicht wiedererkennt. Dann könntest du ja wirklich jede Person spielen. Aber es gehört noch mehr dazu als auszusehen. Es gehört doch Mimik, Gestik, Sprache. Ja, aber es ist doch trotzdem, also... Okay, Mimik ist dann vielleicht weg, aber dein eigenes zumindest, aber du hast ja Sprache, du hast... Klar, aber trotzdem bist du ja geschminkt und hast noch irgendwas draufgetan und sie ist ja halt wirklich komplett zugekleistert. Das ist so eine Rolle automatisch. Aber wenn man dich schminkt wie sie in den Filmen, das spielst du ja auch nicht so gut wie sie. Aber die Leute würden dann, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit geschminkt sitzen würde und ihr nicht, würden die Leute mehr über mich reden, ob im Guten oder Schlechten als über euch. Also es ist ja einfach ein zusätzliches Aufmerksamkeitsding. Und dass jetzt dieses Jahr sind bei den ganzen Oscar-Nominierungen, außer Olivia Colman, sind alle in irgendwelchen Rollen, wo sie sich verkleiden mussten. Also Schauspiel ist doch kein Imitationswettbewerb. Also was, Schauspiel soll doch nicht, also jedenfalls ist oder aus meiner Sicht soll nicht irgendwie, hey, die hat sich so und so bewegt, ich mach das genauso einfach nach und dann wird man ausgezeichnet. Dann kann ja auch Jörg Knöhr, weil er gut Schröder schlimm nachmachen kann, wird auch immer ausgezeichnet. Also das, finde ich, hat nichts mit gutem Schauspiel zu tun. Wie sehr du Personen imitieren kannst, die in echt existieren. Ja, aber wenn in echt die Person halt wirklich so aussah wie Tammy Faye, dann, finde ich, kannst du dir jetzt nicht wirklich viel vorwerfen, nur weil sie halt bunt klingt. Nee, nein, das kannst du dir nicht vorwerfen, dann kannst du auch nicht sagen, ja cool, du hast das eins zu eins so nachgemacht, du musstest überhaupt nichts eigenes reinfließen lassen, du musstest die Rolle überhaupt nicht eigen interpretieren. Ja, aber doch, musst du ja, also wenn du jemanden imitieren sollst, ist es halt wie bei Bohemian Rhapsody oder so, du musst dich ja genau angucken, wie bewegt sich diese Person, wie hat die gesprochen, was hat die für kleine Ticken gehabt, die ich genau so nachmachen muss, damit das halt möglichst nah dran ist. Und dann kriegst du 47 Geramikplatten in den Mund reingestopft, damit du so aussiehst wie er und dann so, ja, das ist ein super Geschauspieler mit diesem Make-up-Prosthetik. Ja, also Andrew Garfield würde ich jetzt auch nicht unbedingt als das bessere Make-up bezeichnen, der wirkte schon sehr, man merkt halt einfach, dass er nicht so alt ist, wie er dann teilweise sein soll. Sowas finde ich eher problematisch. Also wenn du Leute falsch besetzt, die gar nicht da reinpassen. Aber guck dir den originalen Jim Baker mal an, der ist schon wieder erstaunlich, wie Andrew Garfield schon dem Typ, sag ich mal, irgendwie spielt. Ja, also ich finde das auch, also nicht falsch besetzt, ich finde das respektabel, ich finde auch, dass das gute Schauspiel ist, aber ich finde nicht, dass das irgendwie automatisch das beste Schauspiel des Jahres ist, wenn jemand eins zu eins, ich finde auch diese Charlize-Seron-Oscar für Monster, also das muss man sich mal vorstellen, da kriegt jemand einen Preis dafür, weil er sich traut, so hässlich zu sein wie eine real existierende Person. Also das ist doch nicht preiswürdig. Das finde ich, also das ist irgendwie... Ja, aber es gibt ja auch noch mehr, was da reinspielt. Aber was spielt bei Tammy Faye, warum ist das Oscar-würdig? Weil diese Figur, beziehungsweise die Darstellung, sehr viele, sag ich mal, Facetten des menschlichen Daseins abrufen muss. Die ist eine absolute Frohnatur, die sagt, sie liebt alle Menschen und jedem mit irgendwie einem guten Song entgegnet oder begegnet und immer mit einem breiten Grinsen, aber halt innerlich dann eben doch nicht so das strahlende Leben hat und halt begehrt werden möchte und sich vernachlässigt fühlt. Und ich finde, Frau Chastain bekommt mit dieser Rolle eine Gelegenheit, sehr viele Emotionen auszuspielen, die sie meiner Ansicht nach trotz des dicken Make-ups wirklich ausspielt. Ja, aber wo sie sich auch an der echten Person einfach orientiert. Das ist wahr, aber wir wissen nicht, ob Jim Baker wirklich zu ihr gesagt hat, du saugst mich aus und blablabla. Das sind halt alles so Szenen, die kriegen wir halt präsentiert, die können wir glauben. Dass sie halt das Biopic halt auch wieder schmälert, weil da wahrscheinlich wieder Sachen behauptet werden oder verkürzt oder eine andere zeitliche Reihenfolge gebracht werden. Aber es gibt eine Biografie, die das dem zugrunde liegt und es gibt, oder ein Buch, das dem zugrunde liegt und es gibt zwei Dokumentationen, auf die sie sich berufen haben. Und man kennt ja die Fernsehauftritte. Und ich hab mir halt schon gedacht, anhand der Fernsehauftritte, dass das wirklich so gewesen sein muss, weil sonst hätten sie es ja nicht so inszeniert. Also ich störe mich jedenfalls immer ein bisschen an diesen Award-Nominierungen. Also ich finde es auch gutes Schauspiel. Aber ich finde zum Beispiel, wenn Kristen Stewart bei Spencer, was ja eine freie Interpretation der Figur ist, wo du nicht denkst, oh, das ist ja Princess and Die, sondern man denkt so, ja, okay, das wird sie wahrscheinlich sein müssen. Und was bei Spencer ja generell so ist, wo du ja auch ins Endwo, er kennst du ja einfach gar nicht. Ed Charles. Wo du so denkst, hey, die sehen doch komplett anders aus. So eine freie Interpretation, wo einfach nur eine Figur zugrunde liegt, wo aber die Schauspieler in der Rolle relativ frei interpretieren, wie sie sie anlegen, finde ich deutlich besser oder als deutlich besseres Schauspiel, als sich sklavisch an irgendeine Vorlage zu halten, wo man dann am Ende sagen kann, oh, die waren ja genauso. Das finde ich nicht. Also das ist das, was mich so an den Oscar-Sachen dann immer ein bisschen stört. Ja. Und Tammy Faye. Ja. Also zu wenig Satire, zu viel Biopic. Und dadurch ist halt auch ... Man kann nicht mal sagen, wenn er eine Viertelstunde kürzer wäre, weil entweder müssen er halt 90 Minuten kürzer sein oder halt so eine Miniserie, was halt wieder Sachen ausspielen könnte. Also so Filme, finde ich, sitzen immer zwischen einem Stühlen. Ja. Aber wie gesagt, ich fand's schon interessant und ich hab's interessanter verfolgt, als ich's gedacht hätte, weil ich eigentlich gar nicht so großes Interesse an dem Film hatte. Und ich find, die Oscar-Nominierung ist gerechtfertigt, aber man muss halt auch dann hinzufügen, dass dieser Film halt Oscar-Bait par excellence ist. Ja, das klar. Ja, also egal, ob's jetzt nur um die Rolle geht, um das Make-up geht. Ich fand, sie sah sogar, wenn sie jünger ist, sah sie irgendwie erschreckend aus wie Jessie Buckley. Stimmt. Ja. Mit diesen, mit diesen etwas ... Mit diesen Wangen, die sie ihr dran gesetzt haben so. Also da hab ich mich auch gefragt, warum haben sie nicht Jessie Buckley dafür genommen so? Aber trotzdem find ich das Make-up schon ... Also ich versteh, warum dafür einen Oscar, sag ich mal, gegeben wurde. Ja, fürs Make-up auf jeden Fall. Aber halt ... Also ich weiß leider nicht, ob er bei Make-up nominiert ist, aber fürs Schauspiel allein. Also auch Gary Oldman als Churchill mit dem Kinn angeklebt. Ich find das alles ... Also ... Gut. Du bist maskophobisch. Ja, aber da kannst du ja Leute komplett ... Also ab wann? Dann kannst du auch R2-D2 ... R2-D2. R2-D2. R2-D2 nominieren und sagen, ja okay, es sieht eh nicht aus wie Mensch. Ich weiß es vorbei. So, dann ... Da hört mich auch meiner Ruto-Pulli nicht mehr vorbefahren. So, komm mal. Weiter, weiter. Mein Nachbar um den Ruto. Kommen wir mal zu einem Film, der auch zwischen einen Stühlen sitzt, aber auf eine gute Art und Weise. Du meinst Ice Age, die Abenteuer von Buck Wild? Nee, ich dachte, wir werden mal Wind vor. Ich weiß nicht, warum du jetzt drei vorspringen. Ja, zu Ice Age und den ... Nee, zu dem können wir nicht sagen. Der ist jetzt gerade auf Disney Plus gestartet. Das ist irgendwie so ein Spin-off, die beiden Wiesel-Brüder, die bisher in dem Film auch nur aufgetaucht sind, gehen jetzt zurück in die Unterwelt, wo Buck Wild, sag ich mal, seine Heimat hat und müssen jetzt mit ihm da irgendwelche Abenteuer stehen. Wieso kommst du dem nicht sagen? Weil ich den nicht gesehen hab. Ach so. Der ist einfach da. So. Und ein Film ... Ich wollte den eigentlich gucken, aber ich hab's nicht geschafft. Was soll ich sagen? Also, ja, okay. Ein Film, den wir ein bisschen übersehen haben, aber ich find, ich hab ihn mir jetzt angeguckt und eben, weil er halt so ein bisschen schräg ist, so ein bisschen nicht so ganz irgendwo ins Raster passt, wollte ich noch mal mit aufzählen Windfall auf Netflix mit Jesse Plymonds, Jason Siegel und Lily Collins. Auch ein Kammerspiel. So gesehen, es geht um einen Mann, dessen Namen wir nie erfahren, der bricht halt in so eine Hütte ein, in so ein Wochenendhaus, in so ein Ferienhaus und will da eigentlich ein bisschen eher Cash abgreifen und irgendwelche Wertgegenstände. Aber das Problem ist, irgendwann tauchen halt die Besitzer auf. Und von denen erfahren wir auch nie die Namen, nur es ist halt ein reicher IT-Milliardär oder sonst irgendwas und seine Ehefrau. Und er nimmt die jetzt halt beide als Geiseln, weil er möchte eine größere Summe Geld von dem IT-Milliardär haben, aber die braucht halt auch einen Moment, bis sie halt bei ihm ist. Und dann entspinnt sich halt so eine Art Psychoduell zwischen den dreien, wo der Einbrecher halt ein bisschen mehr über die erfährt und sie halt auch ein bisschen mehr über den Einbrecher und vor allem Jesse Plymonds als, ja, reiches Arschloch glänzen darf. Oder? Ja. Alles schön, relativ kompakt auf seine 90 Minuten und passiert nicht wirklich viel, die reden. Die tauschen sich Gemeinheiten aus, die tauschen sich Intimitäten aus und, ja, es gibt immer so vage Andeutungen, mit was das eigentlich zu tun haben könnte oder was eigentlich der Kern ist, aber es wird nie so richtig ausgespielt und das trägt zur Faszination meiner Ansicht nach bei. Finde ich halt auch, also es bleibt ja auch am Ende, ja, am Anfang lange unklar, was die Person da eigentlich macht, weil man denkt ja irgendwie so, okay, ist wahrscheinlich sein Haus oder so. Also es wird viel gar nicht so ausgesprochen. Also es geht ja schon so weit, dass halt wirklich niemand Namen hat, obwohl das ja sehr ungewöhnlich ist, ist, dass Leute, die in so einem, ja, Abhängigkeitsverhältnis sind, wie es bei meiner geilensten Namen ja oft so ist, sich niemanden irgendwie namentlich vorstellen, weil sie sich ja dann doch auch persönlich näher kommen, sondern es soll ja da auch klar gemacht werden, okay, wir wollen hier was an so einer speziellen Situation, so was Allgemeines irgendwie abhandeln. Und deswegen mochte ich das auch. Also ich finde, und da läuft halt schon alle Erwartungshaltungen, weil diese Dynamik zwischen den dreien wechselt immer mal, mal hat die Person die Oberhand, mal hat die die Oberhand. Dann fragt man sich auch erstaunlich lange, okay, worauf läuft das überhaupt hinaus, ohne dass man vom Ende enttäuscht wird, was auch eigentlich schon eine Leistung eigentlich ist, weil man so denkt, okay, wie soll das jetzt hier enden? Kann ja nicht sein, Das Ende war sogar recht überraschend. Ja, deswegen, also ich mochte das. Schauspielerisch ist das super. Also Jason Segel sehe ich super gern, Jesse Plymonds auch. Lily Collins kriegt relativ wenig zu machen, weil es halt schon eher so ein Psychoduell zwischen den beiden ist und sie eher so flankierend. Aber wenn sie dann mal was machen darf, finde ich, da sind schon auch schöne Nuancen drin, die dann verraten, was eigentlich in ihr vorgeht. Also ich war so ganz bisschen an diesem No Panic mit Kevin Spacey, auch dieser Geisel-Name-Film, wo man dann auch so merkt, okay, eigentlich ist die Geisel hier die stärkste Person im Raum oder auch der, was ist mit Christopher Wong, Suicide Kings oder so, wo man so, also wo man doch immer erstaunlich viel so Psychospielchen und so eine Dynamik rausholen kann aus einem scheinbar einfachen Plot oder wo man auch denkt, okay, der bricht hier ein, der will Geld haben und dann entspinnt sich aber dann doch noch irgendwie mehr draus. Dann fährt er mit dem Ambulanzwagen weg. Also ich glaube, Windfall wird viele eher enttäuschen, aber wer sich drauf einlassen kann ... Weil sie einfach mehr, also beziehungsweise mehr ... Was anderes, also mehr klingt halt so als ... Ich meine, wenn du in deinem Trailer mit From the Writer of Seven wirbst, dann willst du schon, aber auch ein bisschen was implizieren. Ja, das ist ja auch mit The Writer und Director of the One Love, den wir natürlich alle rauf und runter geguckt haben und sofort sagen können, worum's dabei geht. Also, das Ding ist halt, dass er ... Das klingt halt immer so doof, dass wenig passiert, weil natürlich passiert in dem Kammerspiel auch sehr viel, aber ... Das ist halt ein reiner Dialog, ja, ein reinen Dialog getriebener Film eigentlich. Also natürlich gibt's auch mal so ein bisschen Gerangel oder ein bisschen so, wo man so denkt, okay, hier passiert gleich was, aber er will schon eher so was allgemeingültiges erzählen, ohne wirklich so klar zu machen, was das jetzt genau sein soll. Ja, so ein bisschen warten auf Godot, wenn es Godot halt eine Tasche voll Geld ist. Ja, ja, genau. Und hier denkt man halt so ein bisschen, okay, das wird so eine Kapitalismuskritik, das ist dann aber irgendwie auch nicht so wirklich und auch nicht so, hey, ich bin ... Wie bei Ambulance zum Beispiel, die ja auch denken, hey, uns wurde versprochen, jeder kann's in Amerika bringen, wir sind enttaltet dazu, auch reich zu sein, um dieses Geld zu bekommen, was uns der Staat verwehrt. Auch so was hat's nicht. Also er ist schon, find ich, relativ clever, aber es würde mich auch schwer tun, den irgendjemandem zu empfehlen, ohne noch so ein Aber dahinterher zu schieben. Das ist meistens das große Problem. Ja. Bedingungslos empfehlen kann ich auf jeden Fall Shoot'em Up. Ja, das geht immer noch viel. Wenn man nach Margot Bay noch ein bisschen Geballer braucht. Karosse der Film. Beziehungsweise wenn man generell auf Geballer The Movie steht, dann sollte man sich Shoot'em Up mal reinziehen. Ja. Ich hab mich gefreut, dass der jetzt auf Amazon Prime wieder erhältlich ist. Ich hab den schon lange nicht mehr gesehen. Er ist schlecht gealtert. Er ist schlecht gealtert, ne? Ich hab den noch mal geguckt vor allem, vom Jahr oder so. Aber auf eine gute Art und Weise schlecht gealtert. Also jetzt so, also jetzt jemanden, der jetzt 20 ist oder so, sagen, hey, guck den mal an, das ist ein richtig geiler Actionfilm, da wird man halt wieder okay. Klar, also natürlich hat die Machart von Actionfilmen den eingeholt, aber um ihn zu rewatchen, fand ich immer noch absolut. Also ich weiß noch, wie fast, auch der, wie fast paced ich den früher fand, wo ich so dachte, krass, dass Filme so schnell sein können. Jetzt guckt man den und denkt so, ja, okay. Also man hat jetzt wahrscheinlich schon eine Menge gesehen, aber der war damals, der war halt schon ein Lichtblick so. Der kam irgendwie raus. Der kam auch einfach so, oder? Der kam einfach so raus. Man hatte mitbekommen, dass dieser Davis, der Regisseur, dass der halt einfach dem Studio so acht Konzeptzeichnungen beziehungsweise acht Storyboards zu den Ballereien, die es in dem Film gibt, ja, vorgelegt hat. Und dann hat er diese acht Ballereien halt verfilmt. Und das ist es. Dazwischen gibt's halt immer noch mal ein paar Szenen. Es gibt eine Sexszene mit Monica Bellucci, die kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen fragwürdig betrachten. Es sind sowieso einiges hier. Also da ist viel fragwürdig. Aber der Film ist ja auch ... So what the fuck, aber der scheißt auch so ein bisschen drauf, die Konventionen. Ja, der ist halt so over the edge, dass man da glaube ich keine ... Also der ist auch schon so ein kleiner Edge-Lord, der Film an sich schon. Aber halt mit Owen, J.Matti, Bellucci, also die sind super, der Cast ist super, das funktioniert alles richtig gut. Und falls ihr euch fragt, worum's geht, es geht halt darum, dass Owen gejagt wird und ein Baby verstecken muss. Ja. Das war's. Im Prinzip ist er fast so Hardcore-Henry ohne Ego-Perspektive. Also auch so. Also das ist schon eher eine Fingerübung, eine Kreative, wo man halt auch so denkt, okay, was kommt als nächstes? Was man ja auch beim Regisseur von Hardcore-Henry dann auch denkt, okay, was kommt als nächstes? Dann kommt halt so was wie Nobody, wo man so denkt, natürlich auch toll, aber man hätte irgendwie mehr erwartet und beim Schuhnimmab-Regisseur ist halt leider ... Gar nichts mehr passiert. Gar nichts. Kein Film mehr. Schade, weil man dachte, okay, das nächste Ding wird ja richtig geil. Ja, der sollte mal wieder was machen. Ja. Naja. Schwierig. Sollen wir in Zill und Bud Spencer noch mal was machen? Ja, die sollten auch noch mal was machen. Geht halt leider nicht mehr. Dafür ist mindestens einer zu wenig. Und trotzdem kann man jetzt ein paar schöne Werke von den beiden, von unserem liebsten Prügel-Duo der 70er, 80er Jahre, kann man jetzt auf Disney Plus verfolgen. Ich hab jetzt einfach mal zwei Assetrumpen auf, exemplarisch dafür genommen, weil ich mag den Film. Ja, hier geht's um Bud Spencer, der für irgendeine Tomatensauce oder sowas übers Meer segeln will und an Bord befindet sich ein blinder Passagier, nämlich Terence Hill. Der hat eine Schatzkarte gefunden, die von der kleinen ... Ich mach nur das mit der Hängematte fertig. Das macht mich auch jedes Mal fertig, wie das irgendwie funktioniert. Wie er die selbst hoch, also super natürlich, aber ey ... Er ist halt stark. Ja. Und gemeinsam, ja, landen die beiden dann auf dieser Südseeinsel und versuchen da den Schatz zu finden, was aber durch eingeborene und japanische Soldaten, die vom Krieg übrig geblieben sind, etwas erschwert. Das ist übrigens auch wirklich die Insel. Also man denkt gar nicht, dass die auf so einer kleinen Insel mit drei Leuten so viel Handlung unterbringen können, das ist tatsächlich eins zu eins aus dem Film. Ist eine der ... Ist eine der Filme von Bud Spencer und Terence Hill, die von Sergio Kobucci inszeniert worden sind. Ja. Und ja, es gibt noch eine Menge weitere Filme, wir haben sie schon bereits per Ticker eingeblendet, aber ich kann's auch noch mal kurz erwähnen. Es gibt zwei außer Rand und Band, zwei bärenstarke Typen, vier Fäuste gegen Rio und noch einen, glaub ich, die jetzt halt auf Disney Plus landen. Warum auch immer, ich versteh's nicht so ganz, was die mit Disney zu tun haben, aber ich guck's mir an. Ich freu mich drauf. Was war das denn immer? Boah, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwas. Es gibt doch eine Gesamtbox für mich. Was ist gar nicht ... Ja, aber auch da gibt's Unterschiede. Es sind nicht immer alle Filme in jeder Box. Ja, es gibt keine komplette Komplette, aber es gibt ja eine wirklich so 20 Filme. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich ganz verstreut. Irgendwas wie diese Realte oder was es da irgendwie gab, keine Ahnung. Ja, so. Und ja, bevor die Frage aufkommt, wir haben das Bud Spencer und Terrence Hill Special nicht vergessen. Das passt gerade. Ah ja. Gebt uns noch ein bisschen Zeit. Ich muss noch ... Wir müssen noch Besetzungen und alles finden beziehungsweise einen Termin ausmachen und es müssen sich hier hinter den Kulissen noch ein paar Dinge ergeben, die mir vor allem die, ja, die Organisation und die Planung und die Durchführung von einem Spezial zu Bud Spencer und Terrence Hill ein bisschen erleichtern. Da muss ja wahrscheinlich einfach nur mal jemand meiner Faust auf den Kopf hauen. Ja, einen richtigen Dampf haben wir gegeben. Schöne Schild. So, jetzt haben wir noch schnell ein paar Mediatheken-Hinweise. Können wir die auch noch kurz einblenden. Da haben wir zum einen ein Caché von Michael Harnicke. Solltet ihr unbedingt sehen, ist gerade in der Atem. Oh, kann ich nicht nachholen. Sehr gut. Ah, hast du den noch nicht gesehen? Nee, ich hab darüber gesprochen, dass mir der Film Oh ja, dann ... unserer Vergletscherung. Ja, ziehen die rein, weil das ist ein Film, der dir halt auch irgendwann erzählerisch wie, sag ich mal, moralisch, den Teppich unter den Boden und den Füßen. Harnicke hat heute Geburtstag. Echt? Deswegen Happy Harnicke. Happy Harnicke. Ja, hier geht's darum, ein Ehepaar kriegt eine Videokassette vor die Tür gelegt und als der Ehemann sich das anschaut, stellt er fest, das ist eine Videoaufnahme von seinem Eingang und das wiederholt sich und immer mehr und sie kriegen immer öfter solche Tapes und fragen sich halt natürlich, wer das gemacht hat und irgendwann verschwindet dann auch ihr Kind. So, dann haben wir einen richtigen Klassiker bei Arte La Strada. Das Lied der Straße von Herrn Federico Fellini. Hier geht's um einen Zirkuschef, der große Zampano, gespielt von Anthony Quinn, der von einer Frau ein junges Mädchen abkauft, um sie als Assistentin in seinem Zirkus zu installieren. Die möchte eigentlich gerne mit Zampano irgendwie in Kontakt treten, aber der sperrt sich halt dagegen, betrachtet sie nur als sein Eigentum und deswegen freundet sie sich irgendwann mal mit dem, was ist das, der Trapezkünstler oder so ein Artist namens Matteo. Ja, mit dem freundet sie sich an und ja, es kommt zu weiteren Komplikationen. Durchaus. Ist halt ein Klassiker, ist vielleicht für Leute interessant. Erkennt man halt auch daran, dass man immer so dieses große Zampano vielleicht immer schon mal gehört hat, aber da dann so merkt, ach, da kommt's her. Genau, da kommt's her und wenn ihr allein nur um die Begriffserklärung Willen diesen Film schaut, ja, sollte man, glaube ich, schon mal gesehen haben, wenn man sich für Filme interessiert beziehungsweise wenn man halt seinen Wissensschatz irgendwie aufstocken möchte. Höhere Gewalt ist ebenfalls in der Arte Mediathek von Ruben Östlund, ein Film, den ich sehr mag, denn ich hab mich auch zigfach gefragt, was denn? Ja, gut. Ja, ist der ja unbenommen. Du machst den nicht? In den Östlund-Sachen alle, also er tut immer so, als ob es so mega komplex wäre, aber es gibt ja auch eine King of Queens-Folge, die das ganze Thema wesentlich effizienter und besser abhandelt, wo das Flugzeug landet und Duck dann und die Masken fallen runter und Duck nimmt die Maske und atmet so die ganze Zeit und dann sind natürlich die Lacher aus dem Off und Carrie guckt ihn so an und natürlich lacht man selber auch und dann merkt man so, okay, wahrscheinlich hat man auch die Maske einfach so genommen und hätte die Frau, die neben einem sitzt, jetzt einfach sterben lassen. Und das ist dann, wird in der King of Queens-Folge auch verhandelt und das wird das in 23 Minuten verhandelt, wenn hier wieder 120 Minuten rumgeeiert wird. Ja, da war es aber halt einfach nur die Situation, dass zwei Beziehungspartner nebeneinander sitzen und die sich auch, wenn ich es richtig mitgucken habe. Ja gut, du wirst hier wieder mit wegen der Familie. Es ist halt was anderes. Es ist was anderes. Ja? Ja, also tragen da viele Leute irgendwie Masken, die du nicht magst im Film? Nee, da gibt es so bei Hörer Gewalt, nein, wird am Anfang so eine kontrollierte Lawine ausgelöst und die sitzen alle auf so einer Terrasse, wie man ja, also das ist Plakat auch schon und der Mann rennt halt weg, weil er denkt, es ist eine echte Lawine und lässt seine Familie da einfach sitzen. Ja gut, die kommt schon darüber geweht und alle denken, es ist eine echte Lawine. Ja, also die Grundidee ist super, aber ich finde, dann wird halt zu lang an so einem offensichtlichen Thema rumverhandelt, wo man halt so merkt, ja okay, das war uncool, mein Partner wird, wenn es hart auf hart kommt, wahrscheinlich irgendwie abhauen, aber das dann über zwei Stunden, ey. Ja. Also, da guckt lieber die King of Queens Folge. Wenn man denn sich damit begleitet. Ja, also wirklich genau dasselbe Thema, eins zu eins. Ja. Und dann haben wir noch Elvis und Nixon. Ein verbürgtes Gespräch, was wirklich stattgefunden hat zwischen dem King of Rock'n'Roll und dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das wurde jetzt hier in Filmform nochmal nacherzählt mit, ich schätze mal, gewissen Freiheiten, aber eben halt auch mit Michael Shannon und Kevin Spacey. Gewisse Freiheiten kann ich mir dem Plakat gar nicht vorstellen. Ja, ist schon so geil, dass Elvis, sag ich mal, so ein bisschen in seiner Comeback-Phase dann plötzlich sagt, ey, Herr Nixon, ich möchte mal kurz mit Ihnen reden, weil ich könnte Ihnen von Nutzen sein. Ja, doch das Sänger von Scorpions und Gerhard Schröder auch immer gemacht hat. Im Prinzip ist das einfach nur die American-Variante davon. Klaus Meineck und Gerhard Schröder in Hannover auch immer mal. Ja. Ja, ich weiß, man kann zu Kevin Spacey sagen und halten, was man möchte. Der Mann ist umstritten und so weiter. Trotzdem ist es unbestritten, dass das ein guter Schauspieler war. Und wenn man sich davon freimachen kann, kann ich diesen Film vorsichtig empfehlen. Es ist ein nettes, schönes Gespräch und Zeitzeugen, sag ich mal, oder Zeitdokument, sagen wir es mal so. Ich glaube auch ganz, also nicht wirklich ideale Vorbereitungen, aber es kommt ja auch der Elvis-Film vom Bess Lerman bald. Also ich glaube, es ist ein ganz guter, um schon mal sich so in den Elvis-Mood zu bringen. So. So viel dazu, so viel zu den Mediatheken-Tipps. Und jetzt haben wir noch die volle Palette an DVDs und Blu-Rays. Und ich hoffe, wir haben noch genug Zeit, um da noch ein bisschen ausführlicher drüber, also ein bisschen zu versprechen. Also fast vier Minuten noch. Vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen gedehnt. Also noch, du musst, wann musst du weg? Wann musst du weg? Also es muss 17 Uhr durch Jackass gucken. Nochmal. Ach, dann haben wir ja noch Zeit. Dann haben wir ja noch Zeit. Ich zeichne ja morgens ab 6 Uhr auf. Ist ja gerade erst mal 8.30 Uhr. Ich bin ja immer früher auf. Ich dachte schon, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, da ist ja noch wirklich einiges hin. So, was machen wir mal? Ein Film, den wir auch bei uns im Podcast vorgestellt haben, ist jetzt gerade frisch auf DVD und Blu-Ray erschienen. Er heißt Planetarian Storyteller of the Stars. War für uns alle drei nicht so die Offenbarung, weil er doch schon relativ handelsüblich ist, kann man das sagen? Ja, konventionell. Konventionell? Also jetzt nicht mal im negativen Sinne, aber es ist halt so, hey, wenn man 100 Animes pro Jahr guckt, dann kommt's auf den, schadet der auch nicht mehr, aber wenn man so selektiver guckt oder irgendwas ... Also würde ich eher den Jusokaisen gucken. Ja, irgendwas Abwechslungsreicheres sehen möchte, weil der sich halt dann schon sehr lange an ... Oder Service-Roboter. Das ist der Service-Roboter. Ja. Ja, also es geht um eine Endzeit, die ist ziemlich am Arsch. In einer letzten Kolonie finden drei junge Kinder einen alteren Mann, der lag im Schnee und es stellt sich heraus, das ist ein sogenannter Mann der Sterne, also ein Astronom und der erzählt diesen drei Kindern seine Lebensgeschichte, wie er zum Beispiel halt eben dazu gekommen ist, dieses ganze Wissen über die Sterne anzuhäufen oder zu erfahren. Nämlich er war schon als die Endzeit existierte auf der Suche nach irgendwelchen Ersatzteilen und Nahrung und so weiter und hat dabei halt ein Planetarium gefunden, in dem noch ein Service-Roboter seinen Dienst verrichtet hat. Dass der halt aussieht wie so ein Anime-Mädchen ist, glaube ich, im Dienst der Sache. Kann man sich dran stören oder halt auch nicht. Und ja, ey, das ist ein Film, dem will man nichts Böses. Der macht ja jetzt nicht großartig was verkehrt. Er ist halt einfach irgendwie einer von sehr vielen. Er ist halt jetzt spektakulär, wie er gerne wäre vor allem. Ja, er ist halt so gediegen, erzählt. Er will sehr groß wie eine Story, eine Welt aufmachen, aber es ist halt gar nicht so pompös, wie er es gerne irgendwie hätte. Ja, vor allen Dingen verliert er das dann irgendwann auch aus den Augen und werden halt wieder so eine emotionale Story erzählen. Also Worldbuilding wird halt auch mal kurz etabliert und dann wird eine Story erzählt, die halt in jedem anderen Setting auch stattfinden könnte. Also diesen biologischen und nuklearen Krieg. Einer reicht nicht, genau. Einer reicht nicht. Da wird halt gleich da ein Setting etabliert, was dann aber eigentlich auch egal ist. Weil es könnte eigentlich überall spielen. Und das ist halt schade, aber ja, also ... Der hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Bei 16 kam der. Genau, das ist wieder das Dilemma. Der kommt jetzt nach sechs Jahren erst zu uns. Ich denke mal, wenn der vor ein paar Jahren erschienen wäre, hätte er wahrscheinlich auch eine deutlich größere Aufmerksamkeit. Also kann man echt machen, aber es ist nichts, wo ich jetzt so sagen würde. Ja, hey, bitte gucken. Genau. So, dann kommt Spirit Walker. Den hatten wir hier schon mal per Trailer. Da geht's um einen Mann, der alle paar Stunden im Körper eines, alle zwölf Stunden im Körper eines anderen Menschen aufwacht. Da hatten wir hier mal den Trailer gezeigt. Der ist heute als, oder der kommt ab morgen, glaub ich, auf DVD. Am Freitag, ja, genau. Am Freitag. Kann man mal erwähnen. Ich fand ihn super. Ja, süß. Ich mag den ja super gern. Ich hab ihn zweimal im Kino, ich hab ihn einmal zu Hause, einmal im Kino gesehen, Lieber auf dem Fantasy Fünf, das letztes Jahr. Südkoreanischer Film, wie du sagst, halt ein Mann wacht auf, aus dem Nichts switcht die Körper alle zwölf Stunden, muss rausfinden, wer ist er selbst, weil er nicht weiß, wer er ist. Also in welchem Körper steckt er da eigentlich, das muss er rausfinden. Wer ist er selbst? Warum hat er diese Fähigkeit, beziehungsweise ist er ein Fluch, also er macht's ja nicht absichtlich. Und ja, wer ist dafür verantwortlich, in was für einem Konstrukt steckt er da eigentlich? Also man muss mehr auf mehreren Ebenen halt ein Rätsellösen dabei, harte Handkanten-Action und ordentlich Faustkämpfe, ein paar Schießereien, ziemlich hart hier und da, typische koreanische Thriller-Härte drin. Ich fand den richtig gut. Ich mag den wirklich gerne. Optisch eh super, südkoreanischer Standard mittlerweile ja eh sehr, sehr hochwertig. Von mir eine richtige harte Empfehlung. Ich fand den wirklich gut. Ja, cool. Ich hab immer noch Bock auf den. Ja. Ich auch. Ja. So, dann haben wir auch einen Film, den hatten wir schon mal in Folge 314 und ich glaube sogar in der gleichen Konstellation besprochen. Dinner in America, a Punk-Love-Story über einen ... Mache ich gleich das Herz nochmal. Den fand ich ja großartig. Ja. Über ein splieniges Mädchen, die halt einen echten, was soll man sagen, einen echten Krawall ... Krawall-Punker. Ja, Krawall-Punker kennenlernt und sich mit einer Beziehung zu ihm so ein bisschen auch vom Elternhaus lösen möchte. Ja. Und das führt halt zu der einen oder anderen Komplikation. Ich fand den so gut. Der ist herzlich, der ist laut, der ist mal leise, der ist, wie du sagst, der ist splienig. Der Film an sich ist auch sehr splienig, aber halt so liebenswert splienig. Ist halt ein typisches Ding. Sie halt komplett so behütet, ne? Sieht irgendwie mit 15 noch aus, wird irgendwie ein Gefühl von ihren Eltern eingekleidet und ist aber heimlich halt Punk-Fan und trifft halt ihn, der halt in einer Band auch spielt und ist natürlich voll hin und weg von ihm, weil sie jetzt mal so einen echten Musiker und Rawdi kennenlernt und verknallen sich halt in ihn. Und geil. Wirklich. Coming of Age, also natürlich nicht so was wie Bomb City, ne? Der ist deutlich light-harteter, aber hat auch tatsächlich ziemlich da hier, so sagen wir mal, eske Momente, wo es wirklich auch um so seine, seinen Stand in der Zivilgesellschaft so ein bisschen geht, aber also ich fand den, ich fand den herzlich, ich fand den teils lustig, teils einfach, ähm, ja, schon dramatisch schön irgendwie. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich wirklich rund. Mit einem sehr geiler Song drin, den es leider nirgendswo irgendwie gibt zu streamen oder so. Sie singt halt einen Song, den er halt, also er spielt die Musik, sie singt dann dazu und der Song ist mega geil, aber den gibt's nur irgendwo. Den gibt's nur irgendwo? Nein. Okay, schade. Ja, auch ein Film, über den wir schon mal gesprochen haben, ich glaub auch im Rahmen des Podcasts, The Paper Tigers, kommt jetzt, äh, am 25.03. raus, ein Kampfsportfilm, äh, über drei ehemalige, sag ich mal, Kung-Fu-Profis oder Kampfsport-Profis, die aber jetzt alle irgendwie in die Jahre gekommen sind und, ja, feststellen oder erfahren müssen, dass ihr ehemaliger Meister, dass der gestorben ist und sie glauben nicht so richtig, dass das wirklich mit natürlichen Dingen zu tun hat oder dass das natürliche Ursache war und deswegen, ja, begeben sie sich noch mal auf ein Abenteuer und müssen feststellen, dass ihre Körper längst nicht mehr so agil und, und schlagkräftig und vor allem auch so schmerzresistent sind, wie sie mal einst waren und trotzdem schafft es dieser Film ein paar echte, schöne Kampfszenen auch irgendwie zu inszenieren, die halt eben dem Alter, den körperlichen Fähigkeiten und den Darstellern irgendwie angepasst wurden, aber der Film, das ist eine schöne Hommage an sehr viele Kampfsportfilme und hat das Herz am rechten Fleck und ist lustig, macht Bock. Also der ist sehr liebenswert. Er war ein bisschen zu lang, geht vor auch nur zwei Stunden, verliert hinten raus ein bisschen irgendwann so das Momentum, dann ist es irgendwann doch auserzählt, wenn halt der eine oder drei Kollegen halt mal wieder kämpfen will und ist nach zwei Sekunden außer Atem, weil er halt mittlerweile ein bisschen übergewichtig ist und nicht mehr eben so fit wie früher, das erzählt sich immer ein bisschen aus, aber hier hat der Kampf mit diesem Schwimmbecken, diesem leeren, eine super gute Gags drin, ganz herzliche und da so ein paar bedeutungsschwangere Dialoge, die aber irgendwie ganz cool sind, so ein bisschen rückbesinnen auch, ne, was zählt mittlerweile eigentlich, was war uns früher immer wichtig, wie ist das? Wie gesagt, geht hinten so ein bisschen die Luft aus, aber einfach auch sehr sympathisch. Das war ja auch echt so ein Indie-Ding, ne, hat ja nicht viel Budget, glaub ich und so. Dafür echt sympathisch, ja. Der Cobra Kaif, der könnte, glaub ich, hier auch wirklich Spaß mit haben. Mhm. So, was haben wir noch? Ähm, ach kurz, eine, eine Serienempfehlung ist jetzt auch gerade auf DVD, Blu-ray erschienen, oder erscheint jetzt am Freitag. Hab ich mal mit aufgenommen, oder wollte ich mal mit aufnehmen, wir hatten da mal schon drüber kurz, wir hatten schon was zu gesehen in Sieges, The North Water. Ah ja. Und das lief auf Magenta TV und ich glaube, ist da halt relativ untergegangen. Also ich glaub, davon hat niemand so wirklich Notiz genommen. Wir hatten's mal, glaub ich, auch bei Bada Binge kurz besprochen. Ähm, jetzt, wie gesagt, ist die gesamte Staffel auf DVD und Blu-ray erhältlich und ich würd sagen, kann man sich, kann man sich ins Regal stellen. Ich hab vier Folgen gesehen, fand das gut. Ja, ist halt, worum geht's? Es geht um einen ehemaligen Militärarzt, der, ja, so ein bisschen Ungnade gefallen ist, bisschen seine eigenen Dämonen irgendwie loswerst, und der heuert halt auf so einen Walfänger an und, und reißt halt, oder beziehungsweise fährt mit diesem Walfänger hoch und an Bord, passiert aber dann ein Mord. Und man soll, oder sie wollen halt rausfinden, oder es wird unter anderem, soll geklärt werden, wer diesen Mord begangen hat. Und es spricht sehr viel dafür, dass es der Mat, der erste Mat und sein, sein Kompagnon waren, gespielt von Colin Farrell. Und wie heißt der andere? Na, auch Namen leider vergessen. Ja, aber. Aber Colin Farrell wird halt die ganze Zeit schon so, als so komplett loose kennen, so leicht am Rande des Wahnsinns, einen Psychopath gezeichnet. Und das zieht halt schon so eine krasse Spannung daraus, dass ich ja quasi auf dem Boot mit ihm gefangen bin. Also nicht so, nicht so, so Rorschach mäßig, wo er auch so sagt, ey, ich bin nicht im Knast mit euch, ihr seid im Knast mit mir. so in der Art so ein bisschen, hat geile Aufnahmen. Und er hat halt auch so ein bisschen diese, also doof zu vergleichen, weiß ich, aber es fühlt sich irgendwie wie ein Western an, finde ich. Weil auch so, solange dann halt natürlich alles, alle natürlich nur Männer, alle sind so hart, können nicht über ihre Gefühle sprechen, irgendwie steht irgendwas im Raum. Teilweise hat es auch so ein bisschen, fast schon so Mystery-Anleihen, weil halt nicht so ganz klar wird, warum dieser Mord überhaupt passiert ist. Mhm. A-Con-Farrell ist so asozial. Ja. Also er ist sehr wirklich, der nimmt sich so ein und ist irgendwie so ein, so ein Unruhepol. Also immer wenn der irgendwie mit irgendjemandem im Raum tritt, kriegst du Angst. Ja. Und halt diese komplett unwirtliche Landschaft, also das halt so, man ist halt froh, dass man mal auf einer Eisscholle ist, weil wärmer wird sie nicht. Ja, okay. Und Begleiterscheinung halt ist, äh, teuerste BBC-Serie aller Zeiten, weil sie halt wirklich am 81. Was ist das? Breitengrad? Breitengrad. Breitengrad gedreht haben, das ist wohl so weit nördlich wie bisher keine TV-Produktion. Also wir waren halt wirklich bei den ... Hinterkielen noch. Ja. Das kenne ich. Für euch. Ja, ja. Das erzählen die keinem. Ja, schön. Also ich hab, jetzt hab da mal einen Trailer von gesehen, aber sonst gar nichts davon gehört. Ja, ist halt, aber Magenda TV ist halt so das Apple-TV von Deutschland. Auch da kann man live verstecken, wenn sie keiner finden soll. So, dann haben wir ... Da kannst du dein JGA-Video hochladen. Ja. Ja. Dann haben wir noch eine Neuauflage von einem Affen-Horror-Klassiker, nämlich Schakma. Von Natur aus aggressiv wird jetzt über Great Movies und Lighthouse angeboten. Ja, es geht um Killer-Pavion. Was soll man sagen? Ja, auf Netzkino heißt der auch der Killer-Pavion. Aber Schakma ist doch ein Mantrill, oder? Das ist doch gar kein Pavion. Ja, der heißt Schakma, ja. Der heißt Schakma. Ich weiß nicht. Ach so, der ... Der Affe ist doch ein Mantrill, oder? Schakma, der hat auch diese roten Streifen. Also zumindest im Film sagen sie aber Pavion. Ja, aber das machen sie bei Dings ja auch, wo ihr mir nicht glauben wolltet, dass sie ... Bei Link, oder? ... weil sie bei Link auch immer sagen, dass es ein Schimpanse ist. Sagen die im Film auch, obwohl er ein Orang-Utan ist. Wahrscheinlich ist das so ... Vielleicht hat man 1986 in Deutschland noch eine einzige ... Da war ein Affe noch ein Affe. Da kannten wir das ja gar nicht. Da gab's halt ... Da gab's halt diesen riesengroßen Schimpansen-Kingkong. Ja. Und das war's. Bei Schakma, soweit ich weiß, war es ein Mantrill. Nee, ich glaub auch, das müsste ein Mantrill sein, ja. Weil da war ich nämlich dann auch immer sehr begeistert von Mantrills generell, weil da gab's ja auch ... 86 war ich ... Ach? Wenn ich den mit 10 gesehen hab. Schakma ist von 90. Ach, 90. Ja, dann werd ich den so aus der Videothek so mit 12 und 13 gesehen haben. Und dann waren wir ja noch in diesem Was-is-was-Bücher-Lesen-Alter. Und dann war ich nämlich auch so ganz begeistert von Mantrills. Und da stand halt drin, dass die oft auch von Geparden angegriffen werden und manchmal aber auch gewinnen. Und dann dachte ich so, krass. Und dann gibt's nämlich ein so ein Bild, wo auch so ein Mantrill auf so einem Geparden sitzt und die ganze Gesicht so blutverschmiert. Also die machen mir schon ... Ja, die sind ja auch sehr markant, diese lange Schnauze. Ja, ja. Und diese Farben noch. Also ich ... Ja. Und hier steht aber auch, es ist ein Baboon. Ihm wurde halt als Teil eines Uni-Experiments ein Teil ins Gehirn eingepflanzt. Beziehungsweise er hat irgendwie so eine Art Tonikum ins Gehirn. Ja, so ein Serum, was ihn ... So ein Serum. Ja. Was ihn eigentlich weniger aggressiv machen soll. Ja, erinnert ein bisschen an die Grundlage von Diplosie auch, wo sie die Haie eher die Lektar machen wollen wegen Kampf gegen Alzheimer. Und natürlich, wenn man mit der Natur und Pavian rumfuscht, passiert das Gegenteil. Und dieser Affe läuft amok und dezimiert einen Studenten oder eine Studentin nach der anderen. Während sie LARP spielen. Während sie LARP spielen, genau. Sie haben dieses komische Computerspiel, dass sie in ihren Unigängen spielen. Und ... Das ist auch so. Ey, Leute, ihr könnt euch den Film auch auf Netzkino angucken. Kostet. Wir sagen gleich dazu, die Synchronisation ist grau-nhavend. Also wirklich, das ist Pornos. Ich hab Soft-Pornos gesehen, die hatten bekammerere Stimmen. Und die hatten auch engagiertere Stimmen. Sagen wir das mal so. Ey, wie lang ... Also, die Synchronstimme von dem Hauptdarsteller, von dem männlichen. Wie gelangweilt der Klingel. Also, unfassbar. Das ist auch schon Arbeitsverweiger. Ist das eine neue Stimme? Nee, nee, nee. Also, auf Netzkino ist auf jeden Fall die alte. Weil Netzkino hat wirklich die alte 4 zu 3 VHS-Version. Dunklestes, dunklereres Bild als bei AVP 2, wo nichts erkennst. Du erkennst den Affen gar nicht, weil der nur im Dunkeln rumrennt. Und wirklich die unterste Pornosynchro. Ich weiß halt jetzt nicht, wer kommt jetzt als Re-Release. Und ich weiß halt nicht, ob sie da drangegangen sind. Weil als Screener kam halt die Netzkino-Version zurück, nachdem wir die angefragt hatten. Und deswegen, ich weiß nicht, ob sie die überarbeitet haben. Aber die alte ist wirklich katastrophal. Ja, aber mich hat der damals, also die Synchron hat mich nicht abgeschreckt. Nee, damals mich auch nicht. Aber jetzt fällt sie halt richtig hart auf. Jetzt fällt sie halt wirklich hart auf. Aber ich muss auch sagen, ich hab mir den Anfang noch mal angeguckt, einen Affenhaunerfilm jetzt bekommen. Also, der ist schon bedrohlich. Wenn er immer diese Türen so aufrappeln will und so, ist schon geil auch wieder gedreht. Und das ist halt wirklich im echten Affen halt. Genau, die Szenen mit dem echten Affen, wenn der Amok läuft, das ist schon, das macht schon Angst. Der dreht da richtig auf. Ja, ja, also das funktioniert halt. Es ist, wie gesagt, ein bisschen lächerlich, dieses Lab-Spiel, weil die ja auch noch so verkleidet sind. Und dann da in diesem Labor rum denkst du, was macht ihr da eigentlich? Und klar sind sowas ein bisschen doofes Szenen. Da steht irgendwie unten ein Auto. Da wartet jemand irgendwie auf sie. Und das Fenster ist offensichtlich irgendwie offen. Sie könnte es halt aufmachen, macht sie aber nicht. Und ruft runter, weil das Auto der Frau sagt auf. Die guckt auch so hoch, weil die halt da oben gefangen sind. Was macht sie? Soll ich in der Taschenlampe runter, macht so Blinkzeichen. Und die Frau unten so, aber dann halt nicht und fährt weg. Also, das ist halt auch alles so, das Drehbuch ist so stumpf. Aber die Szenen mit dem Affen, auch auf der Toilette da, wo die sich an ihr in den Klo einschließt und so. Und halt die blutigen Leichenfunde immer, das ist schon relativ hart. Man erkennt halt echt nur wenig, weil der stocklos ist. Das ist auch derselbe Affe aus die Fliege. Ach, echt? Das ist auch der und dieser Bär aus der Mitte entspringt ein Fluss. Aber guck mal. Das sind so die einzigen Filmtiere, die ein Meer, oder die ich jetzt so kenne, die ein Meer sein. Und dann sieht man ja, was es eigentlich für ein liebes Tier war. Weil wenn ich mich recht erinnere, gibt es in die Fliege diese schöne Szenen, wo der Affe ihn so schön umarmt, ne? Ja. Ja, es ist alles so, als ob sie für einen Film teilweise Leute oder Tiere dazu bringen, bestimmte Sachen zu machen. Ja, aber ... Ich glaube, dass der Affe keine Maske trägt. Dann wäre es schwer sauer. Ja, ne? Stimmt, aber dass ich echt dachte, das wäre ein Mandrill. Also wie so Kindheitserinnerungen oder so dann immer so trügt. Ich bin aber eben auch kein Affe. Obwohl er jetzt hier auch, keine Ahnung, das könnte auch eine Hundeschnauze sein, wenn es jetzt irgendwie mal loslöst. Vor allen Dingen könnte auch die ganze Aggression des Films, weil beim Friseur war er dann einfach so mit dem ... Einmal drüber und dann rastet er jetzt. Dann wäre ich auch sauer, ja. Ja, dann würde man wahrscheinlich den Friseur auch in eine Todesfalle schicken wollen. War das schon eine Überleitung? Ja, das war schon eine Überleitung. Okay, gut. Warum, was wolltest du noch sagen? Die Zähne sind ja krass. Nee, also das ist schon so Affen nicht zu ... Nee, mit Affen ist nicht zu spaßen. Und deswegen freut euch, wenn wir demnächst bei Genregeschehen der Affe im Menschen besprechen werden. Und das war auch unser Plan. Gut, so. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Neuauflage beziehungsweise zu einem Re-Release eines Horror-Klassikers. Kann man das? Eines Japano-Horror? Nee, wir reden über Evil Dead Trap. Ah, okay. Hier geht es um eine junge ... Es geht um eine junge Fernsehredakteurin, die kriegt ein Video zugespielt, auf dem ein grausamer Mord zu sehen ist. Und sie möchte jetzt erforschen, ob dieses Band echt ist oder ob es sich um einen, ja, gut gemachten Fake handelt. Und ja, kommt auf die Spur und landet am Ende in einem Lagerhaus, was ist, oder Fabrikgelände oder sonst irgendwas. Ja. Und muss ich jetzt halt damit abfinden, dass dieses Lagerhaus oder dieses Fabrikgelände eben die Todesfalle des Killers ist, der dieses Videoband geschickt hat. Und die werden da alle reihenweise durch sehr ... Schräge? Ja. Erfindungsreich auf jeden Fall. Ja, erfindungsreich. Ich kann leider nicht sagen, ob das hier eine restaurierte Fassung ist oder ob das tatsächlich auch ungeschnitten ist. Der Film war ... Der Film war es ungeschnitten. Der Film wird ungeschnitten, ja. Cool. Das ist doch schon mal gut. Ja. Das ist ein neues Master auf jeden Fall. Also er ist nicht neu gemastert für den Release, aber es ist ein neueres Master. Ich glaube, er ist im Ausland. Ich glaube, weiß ich nicht genau, wie er. Also er hat irgendein ausländisches Master lizenziert. Er wurde schon mal die letzten Jahre irgendwo schon mal remastert. Ja, galt lange Zeit immer nur als Geheimtipp. Beziehungsweise wurde immer nur so bei den entsprechenden Leuten, die sich halt mit solchen Filmen auch echt schwer auseinandersetzen. Auf jeder Filmbörse halt, find's. Ja, auf jeder Filmbörse. Aber wurde hoch gehandelt. Ja. Der hatte ja schon wirklich horrende Preise erzeugt. Ja. Und jetzt endlich ... Natürlich auch den Titel, also Evil, Dead, Trap. Da kannst du früher, grad pre-Internet, Leute noch gut reinlegen mit auch. Jetzt durch das Re-Release ist natürlich André Hackers Altersvorsorge nichts mehr wert. Das ist jedes Jahr mittlerweile. Das vom Index, das nicht mehr beschlagt. Dann denkst du ganz ehrlich, alles klar, der kommt weg. Aber ich freu mich drauf, weil ich hab den bis ... Ich kenn den nur von VHS. Ja. Und ich freu mich darauf, den jetzt mal wiederzusehen. Und hab den halt schon lange nicht mehr gesehen. Und dementsprechend hoffe ich, dass der Jallo-eske Zauber, den dieser Film einst mal hatte, ob der noch erhalten ist. Ja. Möglich. Man sieht halt auch an dem Plakat, also der deckt ja eine Bandbreite von 60 Jahren ab, wann der Film entstanden sein könnte. Das ist so komplett nicht einschätzbar. Das ist ja auch der neue Trend halt, für die neueren Releases, jetzt mal Mediabooks und so. So eine neue Cover zeichnen zu lassen. Und man muss halt einfach sagen, da gibt's halt Verleihe, die haben da halt Bestallkünstler in der Hand und andere halt ... Aber ich find, wie lang das ... Also wie's schon aussieht wie eine helle Badefass, das Messer, wie's halt so realistisch aussieht, aber gleichzeitig halt auch irrsinnig lang, das gefällt mir schon ganz gut. Ja, ist sehr irrwitzig. Aber so ist der Film ja auch. Also der Film ist ja auch so ultra kunterbunt, so, was da alles passiert. Ein Potpourri an Absturzitäten und Gewalt. Und ja, irgendwie kommt's ja hin. Auf jeden Fall für ... Deswegen, find ich, ist das Cover auch erstaunlich ungrot. Für Horrorfans, Asia-Fans auf jeden Fall. Ich muss also, im Vergleich zum Schakma-Cover ... Ja, eben, also Schakma ist ja das gefühlt ... Also das war, glaub ich, immer, sei das schon ... Ja, ja, klar. Aber das ist halt sehr ... Nee, das ist ja auch entworfen worden für den Heimkinomarkt neu, ja. So, komm, bringen wir's zu Ende. Was haben wir noch? The Boy Behind The Door wär noch ein kleiner Tipp. Da geht's um zwei zwölfjährige Jungs, die werden entführt. Der eine kann sich befreien und steht jetzt vor der Situation, hau ich ab und hole Hilfe oder helf ich meinem Kumpel. Und darum dreht sich dieser Film. Nettes, kleines Genre-Ding haben wir damals in Sieges gesehen. Auch ein Film, dem kannst du nicht viel böse nehmen. Guck nicht immer so nach links und rechts. Der kann, ja, also ... Der macht jetzt auch nicht so viel Neues, aber ich fand den auch. Ich fand den auch durchaus solide. Handwerklich find ich den richtig stark. Und der hat halt nur so durch diese Echtzeiterzählung so krasse Logiklöcher. Und ich bin ja niemand, der bei Horrorsachen oder Genresachen auch nur annähernd auf so was wie Logik achtet, immer vernachlässigbar. Aber das war schon ... Ja, weil er auch so grounded ist eigentlich halt. Ja, also so was hab ich in der drastisch oder so noch nie gesehen. Also, dass jemand eine komplett ausgeblutete Leiche in der Küche innerhalb von elf Sekunden aufräumen kann. Und der Film auch noch drauf hinweist. Du weißt doch gar nicht, wann das sein sollte. Doch, es wird ja eine Uhrzeit auch noch eingefallen. Ja! Elf Sekunden, wo man so denkt, das ist so unnötig jetzt hier. Ich hab den Vorfilmsregisseurs gesehen, und der war echt nicht gut. Und da war das schon eine Riesensteigerung. Ja, also wie er das schafft, diese Inszenierung, wie man halt so die ganze Zeit immer denkt, boah, in der nächsten Ecke steht jemand. Also er schafft halt diese ... Das ist halt so ein bisschen das Problem, was man die ganze Zeit denkt, eigentlich wär's super spannend, aber es ist halt langweilig. Also das war so mein Problem. Aber es ist so, wenn man von der Story gecatcht wird, ist ja gut. Das hat halt für mich nur leider nicht funktioniert. Ja, kauf die Blu-ray. Ich steh auch eben mit einem Zitat drauf. Können wir machen. So stehst du mit einem Zitat drauf? Nur du? Nein, wir. Okay. Wir sind Demons. So, dann ein Film, den hab ich leider bisher nur angefangen. Ich komm gleich zum Ende. Wir sind gleich fertig. Moment. Ihr seht das nicht im Blinken. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hier stehen 30 Mitarbeiter. Wird spät. Den hab ich nur angefangen, aber ich muss sagen, allein der Anfang, der ist mir schon schwer an die Nieren gegangen. Er heißt Platz Spitz Baby. Das ist der achte Teil von dem Sauerkraut. Ja, ja. Die Observer da drauf anspielen. Ähm, der Platz Spitz Park war in Zürich der Platz, wo die offene Drogenszene stattgefunden hat. Also wo sich Junkies, Drogenhändler und Drogendealer und ... Konsumenten. Händler und Dealer. Und alle, die halt auf der Suche nach Stoff waren, getroffen haben. Da waren teilweise bis zu 3000 Leute, die halt sich da gespritzt haben, die halt da irgendwie übernachtet haben, die da verkauft haben und so weiter und so fort. Und die Geschichte hier handelt jetzt halt von einer Drogenabhängigen und ihrer Tochter. Die halt mit elf Jahren halt schon wirklich voll in dieser Szene drin ist, ständig über diesen Platz rennt und ihre Mutter suchen muss und so weiter. Und irgendwann hat die Regierung, irgendwann 95 gesagt, ey, geht nicht mehr. Und hat halt diesen Platz dicht gemacht für eben diese Drogenszene. und hat halt alle, sag ich mal, Junkies, die sich dort bislang eingetroffen haben oder Drogenabhängigen, die sich bislang dort eingetroffen haben oder eingefunden haben, auf die Umgebung verteilt und in Häuser gesteckt und so weiter. Und da setzt der Film halt an, dass jetzt hier die Mutter und Mia, also ihre Tochter, dass die jetzt halt versuchen müssen, in dieser neuen Umgebung zurechtzukommen, was wohl alles nur noch schlimmer macht. Und man muss dazu sagen, der Film ist auf Schweizerdeutsch. Das ist nicht leicht zu verstehen. Und deswegen war ich auch nicht mehr so ganz in der Aufmerksamkeit bereit für diesen Film, weil ich halt auch dann, wenn ich nur so mit einem halben Ohr irgendwie hingehört hatte, schon echt diverse Informationen einfach nicht verstanden habe. Und ich werde mir diesen Film jetzt noch mal mit voller Aufmerksamkeit zu Gemüte führen. Aber ich glaube, das soll sehr harter Tobak sein. Und das wirkte auch bisher alles danach. Also hab ich auch nur Gutes drüber gehört. Ja. Beziehungsweise gelesen. Und deswegen, also ich hab auch viel Gutes gehört und das wollte ich mir jetzt halt mal angucken. Und der Anfang, wie gesagt, allein diese Szene, wie sie rekonstruiert haben, wie dieses Mädchen über diesen Platzspitzpark läuft und du halt wirklich diese Leute da siehst. Das Elend siehst. Das Elend da siehst. Das war schon eine fiese Szene. Das war halt inszenatorisch, hat es genau das Gefühl aufgegriffen, was es auch aufgreifen wollte. Und deswegen bin ich gespannt, wie dieser Film weitergeht so. Und ganz zum Schluss haben wir noch einen, ja, sowohl dramatischen, aber auch action-technisch ganz angenehmen Film, nämlich Escape from Mogadishu. Vom Regisseur von Battleship Island. Hier geht's darum, dass während der Unruhen in Mogadishu die chinesische Botschaft und die koreanische Botschaft von Rebellen und Aufständischen überrannt werden und jetzt so gesehen zusammenarbeiten müssen, um aus diesem Land zu kommen. Und das wird wieder mit allerlei Pathos, aber auch mit allerlei sympathischen Figuren und halt auch mit sensationeller Action teilweise in Szene gesetzt. Der Film schafft's halt auch wirklich, die Drucksituation, in der sie sich befunden haben, wirklich gut zu schildern. Und ist wie bei Battleship Island. Du guckst es durch, das reißt dich mit und am Ende hast du sogar vielleicht mit ein bisschen Glück die ein oder andere Träne im Auge. Und ansonsten hast du aber auch einen hochwertig gemachten Film gesehen. Dieses Black Hawk Down-Problem ein bisschen. Also, dass man sich generell fragen muss, sollte so ein Szenario für einen Actionfilm herhalten? Aber wenn man sich davon freimachen kann, also die Autosequenz gegen Ende schon so eins der Highlights des Jahrzehnts, würd ich fast sogar sagen. Das war schon echt gut gemacht. Und ich muss halt auch sagen, dieses A, diese humanistische Botschaft, dass diese zwei verfeindeten Länder miteinander arbeiten können, weil sie mal halt irgendwie dazu getrungen sind und müssen. Und dann aber auch die Tragik, dass man halt diese Kooperation eigentlich gar nicht zulassen, offiziell zulassen darf. Obwohl man jetzt hier die Chance gehabt hätte, um vielleicht mal wieder sich aneinander zu nähern und vielleicht was Besseres zu machen, das find ich halt echt auch einen schönen Aspekt in diesem Film. Deswegen hab ich den auch sehr genossen. Warum der Konflikt jetzt in Afrika genau existiert, das wird halt wieder komplett fallen gelassen. Das ist halt immer das große Problem, dass der afrikanische Kontinent herhalten muss als Schauplatz, weil quasi ja schon definiert ist, okay, da passiert wieder irgendwas. Da brennt's, ja. Da brennt's. Und da sind aber auch Länder drin, die eigentlich nur helfen wollen. Jetzt sind die auch auf einmal im Fokus. Also, das ist schon ärgerlich natürlich, aber das ist ja bei fast jedem Film, der irgendwie Afrika als Schauplatz leider raussucht. Ja, so. Und das war's, Freunde. Ja. Das war unsere kleine Genregeschehen XXL-Folge mit Bild. Und ich danke euch. Ja, wir haben's immer geahnt. Wir sprechen uns ja schon recht bald wieder. Das stimmt. Und dann auch über den einen oder anderen Film. Gut. An dieser Stelle noch einmal, wenn ihr Bock habt, noch mehr von André zu hören, Devils and Demons oder True Crime Germany. Noch zwei Anlaufstellen. Einfach auf podwriters.de gehen. Podwriters.de, genau. Da. Und ansonsten ... Ja. Ja. Geht drauf. Besucht die U8 in Berlin. Guckt, guckt, genau. Geht in die U8, da findet ihr vielleicht Tino. Und ansonsten, weiß ich nicht, habt ihr irgendwas mit Anni oder sonst irgendwas demnächst am Start? Nö. Also nicht, was jetzt so ... Ich guck morgen Triple A. Das ist mein einziges Leben. Genau, kauft euch eine UCI-Dauerkarte, geht in Berlin ins Kino und da seht ihr Tino. Ja, genau. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Genießt das weitere Programm hier bei Rocket Beans oder eben auf unseren zahlreichen Kanälen. Und ja, bleibt gesund, gut drauf. Bis bald. Tschüss. Audi. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus.